Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Huben, dem Podcast rund ums Fahrrad. Wir sind aus dem Winterschlaf so langsam erwacht. Wir haben ein bisschen Schlaf in den Augen, dass wir uns jetzt hier während der Sendung langsam rausreiben. Der Thomas, ich sehe es schon, du streckst dich auch noch so ein bisschen. Tapse langsam aus meiner Höhle heraus. Ja, tapse aus meiner Höhle heraus. Vor allen Dingen, also die Menschen, die dich schon mal gesehen haben, also das Bild eines Bären, eines großen, schweren, dicken Bären, von diesen ganzen Adjektiven, die ich da benutzt habe, passt eigentlich nur eins und das ist groß. Ansonsten hast du ja eher die Fahrradfahrerfigur. Insofern, gibt es irgendein großes, dürres Tier, was tapsig im Schnee ist? Im Schnee, ich müsste sonst nur eine Giraffe finden, aber die ist nicht im Schnee. Giraffen im Schnee, klingt wie ein schlechter Schlager. Nun ja, ganz zu Beginn, vielen herzlichen Dank euch allen für das Jahr 2020, dass sie uns das beschissene Jahr gemacht hat und allen ein gutes neues Jahr. Möget ihr gesund durchkommen, möget ihr mit dem Jahr euch insgesamt auf dem Weg zur Besserung befinden, alle Male, wie ihr seid und nur das Beste von ganzem Herzen. Und das auch dir persönlich, Thomas, natürlich und deinen Liebsten und allen, denen dazugehört. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, allen Hörern ein frohes neues Jahr. Ja, möge es in vielerlei Hinsicht das 2021 übertreffen. Wir haben den 12. Januar, ich habe eben die Mutmaßung losgetreten, dass wir noch niemals so eine lange Pause hatten, aber es war auch nötig und eigentlich könnte ich auch immer noch den Kopf in den Sand stecken. Aber irgendwann müssen wir wieder anfangen. Ich weiß nicht, ob das erstmal auch so geht, aber die erste Sendung vom Jahr, wo es so noch nicht richtig Rennen sind und man so diese Kleinigkeiten bespricht, eigentlich ist das immer eine, mag ich die ganz gerne. Auch wenn dieses Jahr eigentlich viele Sendungen waren, wo wir keine Rennen bestritten haben. Nein, sehr gerne, weil Vorfreude ist doch immer die schönste Freude. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz niesen. Ja, das stimmt. Und da sind ja auch ein paar Meldungen bei, also ich sage mal vorsichtig, die ein oder andere Meldung hat mich lauthals lachen lassen und an dieser Stelle möchte ich mich besonders bei der Karolin, dem anderen Schneemenschen bedanken, die mir eine Meldung zuge... Also habe ich bei ihr gelesen und da muss ich am lautesten lachen. Bis jetzt weiß ich gar nicht, ob sie in der Liste ist, sonst muss ich sie aufnehmen, aber ich weiß, dass du auch drüber gelacht hast, deswegen wird sie mit Sicherheit auftauchen. So, ja, haben wir alles durch, Weihnachten gut überstanden, fangen wir mit dem Radsport an. Und zwar, Kapitelmarken werden wir uns heute auch schenken, weil es ja eigentlich alles Sonstiges ist. Also wir haben ein Rennen mit dieser Überschrift versehen und das ist Paris-Nitzer, das Rennen zur Sonne. Findet dieses Jahr mutmaßlich, wie alles immer mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, ähm, haben wir es hier, ich habe es gerade gesehen, am 7. bis 10.3. statt. 14. ja. Äh, 14. Sorry, eine Woche. Ja, Zeitfahren am dritten Tag und was sagen wir zu der Strecke? Also gibt es da... Ich finde, es ist ein sehr klassischer Paris-Nitzer-Parcours, also es ist wieder für alle was dabei, so ein paar flache Etappen. Auf der zweiten Etappe gleich eine Zeitfahren, aber nur 14,4 Kilometer lang dafür... Darf ich dich kurieren? Ist das die dritte Etappe, glaube ich? Ah ja, die dritte Etappe, genau. Ja, das Jahr fängt gut an. Ich kann einmal Thomas Kramp, das ist das erste und erste Mal das Jahr. Ich würde es ja kurz notieren. Äh, ja, Entschuldigung. Ja, das hat zum Schluss aber auch eine kleine Steigung, also jetzt auch nicht so ganz tellerflach. Hält die Rundfahrt dann sicherlich spannend und dann, ja, ähm, zwei Bergankünfte, ähm, einmal am Chalet Renard, glaube ich, beim, beim Mont Ventoux, wo man da hochfährt. Ähm, am Col de la Comaine? Dann ist die zweite Bergankünfte, Entschuldigung, äh, Mont Ventoux war bei einer, bei einer anderen kleinen französischen Rundfahrt, was ich gesehen hatte und, ähm, ja, dann später noch die Etappe natürlich nach Nizza, die sehr vielversprechend ist, wo es jedes Jahr traditionell noch um Sekunden geht. Ja. Ja, also, ich bin gespannt, also im Moment sage ich zu jeder Rundfahrt, äh, oder zu jeder solchen Veranstaltung, äh, das sieht schön aus, das würde ich gerne sehen. Ähm. Sehen wir das so? Um mal, um mal den Elefanten im Raum anzusprechen. Äh, es ist schwierig zu sagen jetzt gerade, aber, ähm, ich bin vorsichtig, zuversichtlich, so wie das, ähm, wenn man die Maßstäbe seitens der Politik für den Radsport anwendet, wie man sie im letzten Herbst angewendet hat, dann tendenziell eher ja, weil da hat sich ja ausgestellt, dass das jetzt nicht unbedingt, äh, so ein Radrenneninfektionstreiber ist und generell muss man ja auch sagen, ähm, Profisportveranstaltungen laufen überall. Ähm. Aber natürlich weiß man nie, äh, wie dynamisch sich die Situation dann wieder entwickelt. Ich glaube auch, dass man, ähm, so aus der Retros, oder von jetzt auf damals betrachtet, so ist, glaube ich, der beste Ausdruck, ähm, war das sehr, sehr klug, diese Konturen, so wie sie da stattgefunden haben, stattfinden zu lassen, äh, wie du sagst, um so eine Art Blaupause zu haben für dieses Jahr und vor allen Dingen auch den Beweis antreten zu können. Okay, wir können's machen, wir können's so machen, dass hinterher nicht irgendwie, äh, die Opferzahlen hochschnellen und, äh, wir uns selber den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass, dass wir ein Treiber dieser Pandemie sind. Ähm, ich glaube, das war sehr, sehr gut, es so zu machen und, ähm, ja, wie viele von den Rennen stattfinden oder wie sehr man sich jetzt beschränken wird im kommenden Jahr, nee, in diesem Jahr. Also die, wenn man's mal so sieht, jetzt schon mal, sieht's ja gerade eher negativ aus, weil der Saisonstart sollte ja eigentlich, ähm, ganz, ganz ursprünglich mal bei der Tour de l'Anders stattfinden, aber die wurde ja abgesagt und, äh, Huerta San Juan in Argentinien wurde jetzt auch abgesagt wegen der Covid-Pandemie und dann sollte es eigentlich in Europa losgehen mit der, äh, Mallorca Challenge, die musste jetzt aber auch schon verlegt werden und, äh, ja, somit, äh, rückt der Saisonstart immer so ein bisschen weiter nach hinten, ähm, und findet erstmal ausschließlich fast in, in Europa statt. Aber andererseits muss ich sagen, ähm, es, es geht mir, also, ich bin ja schon froh, wenn die ganzen Monumente stattfinden können und so, so, so Traditionsrennen wie Paris-Nizza, ich brauche auch nicht die gesamte Saison. Ich kann mich schon darüber freuen, dass manche Veranstaltungen stattfinden, weißt du, ähm, ich, ich, so Taube, Taube, Dach, Hand, Spatz und so, ne, also, ich freue mich ja schon darüber, dass wir überhaupt was sehen. Also, so wie wir jetzt. Also, Stand jetzt ist am 24.1. die Klassiker Comunidad Valenciana, also ein Ein-Tagesrennen der Saisonauftakt in Spanien und, ähm, ja, dann kommen diese ganzen kleineren französischen Rennen, wo man jetzt auch schon überall liest, was ja außergewöhnlich ist, dass da, äh, versuchen irgendwie alle World-Tour-Teams zu melden, ähm, der Veranstalter, die aber gar nicht alle zulassen kann, weil er natürlich die kleineren Teams, äh, auch noch berücksichtigen muss bei der Veranstaltung. Ja, das ergibt so ein Rande auf diese Rennen, das, äh, habe ich auch gelesen. Ich, ich bin, ich bin gespannt, ich freue mich einfach über jede Veranstaltung, die ich sehen kann, auf jedes, jedes Live-Bild, wo ich, ähm, einen Blick drauf erhaschen kann und vor allen Dingen, wo wir auch hinterher drüber sprechen können. Also deswegen, äh, Paris-Nitzer würde mich sehr freuen, wenn das, äh, so stattfinden kann, wieder angekündigt. Ich wiederhole nochmal vom 7. bis zum 14.3., im Prinzip die zweite März, äh, April, doch, Märzwoche, ähm, wird, soll es, soll es so sein. Ja, und dann, äh, machen wir hier auch schon den Nagel dran und, äh, machen wir weiter mit unserer Meldungen vermischtes. Äh, Team United Arab Emirates, hatten wir schon vor längerem darüber gesprochen, dass die wohl so eine Hardcore-Impfstrategie fahren werden, äh, und, ja, die haben alle geimpft, also, weiß nicht. Ja, zumindest, äh, den, den Großteil des Teams, die wurden, äh, da in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Spritze versehen und sind jetzt, äh, zumindest mal geimpft, soll man so sagen, ähm, ja gut, das ist natürlich, eine sehr, ich finde, das ist ein Thema, was man aus vielen Perspektiven betrachten muss, wenn man, wenn man sich darüber nicht ein Urteil bilden will, aber es zumindest einordnen möchte. Also, ich fang mal an, ich weiß nicht mehr wer, ich hab irgendwo von irgendeinem deutschen Fahrer die Meldung oder die, die, den Kommentar dazu gelesen, ich weiß nicht, ob es Buchmann war oder Schachmann, äh, so nach dem Motto, äh, ich bin ein junger Profisportler, ich brauche nicht der Erste sein, der eine Impfung kriegt, weil da ist vielleicht die Oma aus dem Altenheim mit 80, die vielleicht eher einkriegen sollte. Und diese Haltung fand ich sehr demütig und fand ich auch sehr, sehr, kann ich viel Sympathie abgewinnen. Ähm, ja, auf der moralischen Seite mit Sicherheit ist es für mich auch so oder gesellschaftlich verantwortlichen Seite nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es ja, ähm, dieses Team URE ist eine staatlich finanzierte Mannschaft und, ähm, die haben ja jetzt sozusagen nicht den, äh, Staat hintergangen, weil das ja mit Einwilligung des Staates war. Ja, absolut, ja. Die scheinen ja, also zumindest theoretisch keine, äh, Lieferungsprobleme mit diesem chinesischen Impfstoff haben oder scheinbar genügend für alle zu haben. Und, ähm, haben vielleicht auch, was so die Wertschätzung, äh, ja, generelle Werte in der Gesellschaft angeht, andere Vorstellungen, als wir das hier in Europa haben. Von daher muss man das auch mal mit einfließen lassen. Nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig, dass natürlich, ähm, ja, dieser Impfstoff oder diese Impfungen anderen, äh, besser zu Gesicht gestanden hätten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, was, was sollen die mit diesem Impfstoff, also die können den Impfstoff ja jetzt nicht außer Landes bringen. Na, könnten sie schon, ne, also, warum nicht? Ja, aber eine Zulassung bringt da dir ja nichts. Äh, äh, ja, okay, ne, ja, also, stimmt. Äh, ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen, äh, wie nennt man, äh, Advocatus Diaboli, ähm, die Fahrer, wenn die Fahrer sich jetzt anstecken und nicht fahren können und gegebenenfalls jetzt das Team deswegen irgendwo keine Preisgelder einfahren wird, äh, verlieren. Ne, also aus, aus, das ist natürlich die ökonomische Sicht, die, ja, wo sie im Prinzip, ja, muss man leider so sagen, aus ökonomischer Sicht alles richtig gemacht haben, weil sie da sozusagen dieses Risiko nicht eliminieren, sondern, ja, auf einen ganz, ganz kleinen Nenner minimieren. Ähm, ähm, und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dem Team, dass sie davon schon besonders schwer getroffen waren. Wir erinnern uns, also letztes Jahr war es ja diese UAE-Tour, wo das erstmals, wo es ja zu diesem Ausbruch kam und dann die Rundfahrt abgebrochen wurde und der, der am schwersten betroffen war, war, ja, Fernando Gaviria, der da drei oder vier Wochen im Krankenhaus behandelt werden musste. Und von daher, klar, kann ich verstehen, dass sie es nicht nochmal erleben wollen, aber, ja, für gesamtsportlich betrachtet ist das natürlich ein fatales Signal, weil, denke ich, durch solche Aktionen die Akzeptanz des Profisports in der Gesellschaft, äh, noch mehr an Halt verlieren wird, als sie es ohnehin schon ist. Noch ein, ähm, also ich, ich finde gerade auch Argumente dafür. Stell dir mal vor, du bist jetzt, du sitzt jetzt da, äh, in, in, in deinem, ähm, in deinem Kellerchen und bist so ein kompletter Impfgegner, bist aber größter Pogaccia-Fan und siehst auf einmal, ey, der lässt sich spritzen, der macht die Impfung, ne? Vielleicht auch Vorbildfunktion von Profisportlern, vielleicht muss man das auch mal von der Partie noch sehen. Also, ich finde schön, wie du eingeleitet hast, das ganze Thema, ne? Man muss, es gibt viele Aspekte bei der Geschichte und viele, die man gut findet und viele, wo man auch, äh, viele, meiner Meinung nach, mehr Gründe, warum man das jetzt nicht so dolle finden kann, aber man findet irgendwie, wenn man länger drüber nachdenkt, auch Gründe, na, ja, es gibt, also, ähm, schwierig. Das, die Kollegen vom Cycling Magazine haben sich damit mal ausführlicher in so einem Meinungsartikel auch befasst und das finde ich sehr gut geschrieben und auch, äh, alle Punkte beleuchtet, das können wir gerne auch nochmal verlinken. Also, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass es zwar ein Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, aber natürlich, äh, überwiegend ausländische Fahrer, ähm, unter Vertrag hat und das ist natürlich so, dass die nicht zur Bevölkerung ziehen. Zielen dieses Landes und, äh, ist natürlich auch wieder so die Frage, ob da, ähm, man nicht diesen Impftourismus sozusagen, äh, noch mit ankurbelt. Was mir natürlich auch noch so auffällt, dass es jetzt ausgerechnet ein Radsportteam ist, also, mir ist es noch nicht zu Ohren gekommen, dass es jetzt aus anderen Sportarten da schon Fälle gibt, wo irgendwelche Mannschaften geimpft wurden, dass es ein Radsportteam ist, dass jetzt sozusagen erstmals über diese, diese rote Linie da geht. Also, kein Fußballteam, wo du dir eigentlich denkst, es ist alles sowas von durchkapitalisiert, macht es, sondern, äh, ein Radsportteam. Ja, das, das wäre meine nächste Frage oder eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob dir das bekannt wäre, dass irgendein, weil das war jetzt auch direkt, hab ich gedacht, na, okay, ähm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ähm, so großen Fußballteams sind natürlich alle in Europa angesiedelt und da ist es natürlich schwierig irgendwie, äh, an Impfstoff ranzukommen. Na klar, die könnten auch sagen, äh, wir geben jetzt den Emiraten da irgendwie fünf Millionen und lassen da alle unsere, unser Team durchimpfen und fliegen das da hin. Sind die, äh, sind die UAE nicht auch Sponsor von irgendeinem Fußballteam? Äh, klar, es gibt ja diese Fluggesellschaft, glaube ich, Fly Emirates und die sind, äh, glaube ich, auch bei diversen Fußballteams engagiert. Ja, also, ne, das wäre vielleicht jetzt auch noch, hätte man da so den Umweg, äh, machen können, äh, übers Cockpit, die Sachen rausschmuggeln, übertrieben, aber, ja, ähm, und das, aber vielleicht, jetzt bin ich nochmal auf die Spitze getrieben was, ne, vielleicht sind sich auch, äh, manche Fußball, äh, Fußballmannschaften, Fußballspieler oder so, ähm, mit dem Impfen, also, vielleicht ist so ein, ähm, wer ist der teuerste Fußball, oder die teuersten Fußballspieler der Welt? So ein Spieler X, dessen Name ich nicht kenne, der der teuerste Spieler der Welt ist, ne, vielleicht sagt man da ja auch, okay, selbst wenn das Risiko nur 0,001 Prozent ist, das, was passiert, und dem passiert jetzt was, dann verbrennen wir immer noch 10 Millionen oder irgendwie so, keine Ahnung, ne, also, Zahlen, mögen wir einen Austausch an der Stelle und gegen sinnvoller wechseln, aber vielleicht ist das da auch irgendwo ein Teil, oder ich hab einen Mannschaftswert von, keine Ahnung, wie viele Leute sind das, 20 in so einer Mannschaft, und dann, ne, ist so eine Mannschaft, 2,8 Milliarden Dollarwert oder Euro. Wobei es natürlich im Radsport nochmal krasser ist, also, das ist halt eine, ähm, Mannschaftssportler, die auf der Leistung jedes Individuum basiert, und der Einzelne noch mehr im Vordergrund steht, also, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, fällt beim Team Borahansgrohe, Peter Sagan aus, ist das, äh, nicht so leicht aufzufangen, wie im Fußball, wenn da, äh, Stürmer XYZ Ja, ich, Fußball ist dieses Spiel, ich beschäftige mich mit Sport und nicht mit Spielen, deswegen weiß ich das nicht so genau, aber, äh, ja, also, interessant, vielleicht hat ja irgendein Hörer oder Hörerin auch gehört von einer anderen Sportart, die sowas schon gemacht hat oder plant, ähm, würde, andererseits glaube ich mir, dann hättest du es wahrscheinlich mitgekriegt, ähm, kann man eigentlich an dem Punkt auch direkt, äh, die nächste Meldung mit anschließen, weil wenn wir schon mal thematisch in dem Team sind, dann können wir auch die nächste, äh, Meldung mit reinbringen, die irgendwie aus dem Nichts kam, alle überrascht hat, zwei, drei Tage im Dunkel war es, und dann wurde klar, dass Mark Hirschi von dem ehemaligen Teen Sunwrap, jetzt hier jetzt DSM, ähm, ja, als Unterstützer für Pogacar an den United Arabian Emirates gegangen ist, komische Nummer, irgendwie, äh, ich hab mir damals gedanklich in meinem Notizzettel oben im Kopf, äh, notiert, äh, Thomas fragen, geht, ist das überhaupt legal? Ähm, scheinbar schon, weil der Vertrag, der noch gültig war von ihm, ähm, offenbar vom Team Sunwrap aufgekündigt wurde und nicht vom Fahrer. Gut, das hab ich im ersten Moment auch gedacht, aber dann frage ich mich, wenn Teen Sunwrap ihn gekündigt hat, also ein Fahrer wie ihn, der ja in der letzten Saison, ähm, ich sag einfach mal mutmaßlich dem Team Sunwrap mehr Freude als weniger, also mehr Freude gemacht hat, als sie, äh, Ärger mit ihm hatten. So zumindestens wirkt das nach außen. Warum lösen sie den Vertrag auf? Es kann ja nur zwei Gründe haben. Entweder, der hat sich über Nacht zum kompletten Stinkstiefel entwickelt, oder bis dato konnten wir es relativ, äh, konnten die in Sunwrap bis unter den Tisch kehren, dass er so ein Stinkstiefel ist, und irgendein Knoten ist geplatzt, oder irgendein Manager der Kraken, oder sonst etwas ist geplatzt, und sie haben ihn rausgeworfen. Ähm, dafür ist die ganze Suche dann doch ein bisschen zu ruhig über die Bühne gegangen, äh, oder, dass die, äh, am Emirate ihn einfach weggekauft haben, so nach dem Motto, wie, es gibt diese schöne Szene, ich weiß, ich hab, äh, du bist ein bisschen zu jung, äh, Baby Schimmerlos, Mario Adolf, äh, kauft, äh, den Reporter mit Geld, und, äh, irgendwann bist du meiner. Ja, also, dass sie irgendwann ihnen einfach nur mehr als genug Geld gegeben haben, dafür, dass, äh, sie gehen lassen. Das kann natürlich auch sein, dritte Option wäre noch, dass sich der Fahrer irgendwas im Team intern zu Schulden hat kommen lassen und dann rausgeworfen wurde. Ja, das hätte ich jetzt noch unter eins, äh, wollte ich da so mit drunter verbuchen, ne, also irgendwie, keine Ahnung, mit der Tochter vom Chef ausgegangen ist, oder so. Ja, wir werden es leider, glaube ich, nicht erfahren, aber was natürlich auffällig ist jetzt bei der Mannschaft Sunwrap, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, ähm, dass so ein Fahrer, ähm, einfach da, ja, so ein bisschen, ähm, mit, wie soll man sagen, mit einem Geschmäckle irgendwie vom Team weggeht, ähm, haben das beispielsweise gesehen bei Waren Bagui auch mal, der sich während der Vuelta wohl angeblich damals nicht an Team-Order gehalten hat und, äh, dann das Team, die Mannschaft verlassen musste. Und jetzt bei Hirschi weiß man jetzt auch nicht so genau, was da ist, sondern Tom Dumoulin, das hat die Mannschaft auch verlassen, John Degenkolb, Marcel Kittel. Also bis zu einem gewissen Grade entwickeln die immer Fahrer und, ähm, geben sie dann ab, ob freiwillig oder unfreiwillig, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist so ein bisschen komisch, zumal wir später auch noch eine andere Meldung haben, wo so, ja, kein positives Licht auf das Team Sunwrap fällt, sag ich mal. Ich, ich möchte es jetzt aber auch da nochmal, ne, also heute, heute ist, glaube ich, der Tag, an dem wir die Medaille immer von beiden Seiten betrachten. Vielleicht ist das aber auch gerade was Positives, ne, vielleicht haben die einfach, ne, Grundsätze, ja, die sie vorher aufstellen und werden damit nicht konform geht. Und ich kann mir jetzt genug, in meinem Kopf genug Sachen ausmalen, wo man einfach gegen Grundsätze, die also ein Team aufstellt, verstoßen kann. Vielleicht auch, wenn man dann auf einmal eine sehr, sehr gute Leistung bringt oder, ähm, vielleicht auch manche Sachen einfordert, die eine noch bessere Leistung hervorbringen würden, was dann aber gegen die Regeln des Teams ist, ich kann mir doch vorstellen, dass man das so als, als jemand, der alle Karten auf dem Tisch sieht, als eine durchaus positive Sache sieht. Zumindestens jetzt in, nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen. Kann mir auch gut vorstellen, dass, ja, doch, das kann schon sein, ja, aber was ich mir noch gut vorstellen kann, ist, dass da im Hintergrund, äh, auch der Agent des Fahrers so viel Druck gemacht hat, diesen Wechsel zu forcieren, weil natürlich die Agenten verdienen auch immer ordentlich mit bei so einem Wechsel, wenn natürlich dann der Fahrer ein viel höheres Gehalt, äh, einhalbst, als er das vorher hatte. Und bei Hirschi wird ja gemutmaßt, dass er bis zu eine Million Schweizer Franken jetzt angeblich im Jahr verdient. Und das ist ja ein x-faches von, von dem Gehalt, was er bei, bei Sunweb da noch hatte. Und, ähm, klar, wenn dir einer sagt, äh, ein Arbeitgeber kommt und dir sagt, du bekommst von mir das Fünffache, was, was du jetzt verdienst, dann, äh, kommt man vielleicht schon mal ins Grübeln. Ja, aber auch dann müsste ja das Team DSM gesagt haben, okay, also, wenn ihr den jetzt haben wollt, der hat einen Vertrag hier, äh. Wer weiß, vielleicht hatten die auch, oder der Berater, Druckmittel, weiß ich ja nicht. Ah, der Kompromatkoffer wird geöffnet. Ja, aber komische Nummer, und das war ja auch nicht, im ersten Moment war ja auch keinem klar, wo er hingehen wird. Nee, sehr komisch, und, äh, ich sage mal so, also, bei vielen Fans wird er damit sicherlich nicht nur Sympathien gewonnen haben mit dem Wechsel. Nee, nee, das... Und rein sportlich stelle ich es jetzt auch mal so ein bisschen noch in Frage, was man jetzt da beim Team UAE-Emirates will. Gut auf die Klassiker-Fokustinas Park vielleicht gehen, aber wenn er dann bei den Rundfahrten auch noch Freiheiten haben will, wird es schwierig, wenn dann Tadej Pogacar im Team ist. Ja, ich hätte dann auch noch ein Jahr gewartet einfach. Ich glaube, noch mal so ein Jahr hinten dran gehangen, dann hätte er vielleicht auch noch mal irgendwie 10% mehr verdienen können und wäre vor allen Dingen mit einer noch besseren Verhandlung. Ich meine, klar, du kannst immer warten, bis du schwarz wirst, ähm, aber, äh, das, 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 die Verhandlungsposition wäre einfach noch mal eine bessere gewesen. Ähm, insofern, ähm, ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wer weiß, wer da, wer da wen, äh, in welche Richtung gezogen hat oder gedrückt hat und, äh, wie das dann ausgekommen ist. Das, das sind so Sachen, die ich gerne mal irgendwie, das muss ja jetzt nicht aktuell sein, aber mal so in 10 Jahren, äh, soll mir mal irgendeiner erzählen, was da wirklich gelaufen ist. Das, äh, das, äh, stelle ich mir interessant vor. Ja, aber Makershi ist jetzt für das Team UAE. Haben sie wahrscheinlich noch direkt nachgeimpft, ne? Das, äh, sonst... Wäre auch noch ein Grund, ja, dahin zu wechseln. Ja, stimmt. Vielleicht hat er, ja, obwohl, dass der alleinige Grund gewesen wäre, das wäre, das wäre schon etwas sehr, äh, kurios. Ähm, Emanuel Buchmann greift auch, ähm, zu etwas und zwar nicht zur Spritzer, sondern zum Tourpodium. Da möchte er hin. Und, äh, Quatsch, Giro, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Äh, äh, völlig, so weit weg alles noch. Ähm, ja, da wird er dann an den Start gehen im Mai. Okay, und ich muss sagen, mir gefällt das. Also, sich da jetzt nochmal zu versuchen, vielleicht kommt ihm das auch von der Streckenführung her entgegen, mehr entgegen. Ähm, und vielleicht auch noch eher, ne, wäre schlecht zu sagen, wie sich das in diesem Jahr alles konzentrieren wird, was die Favoriten machen werden. Äh, ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Ja, Giro d'Italia, Stadte Tour de France, ist mit Sicherheit aus sportlicher Sicht, ähm, wie wir es schon mal gesagt haben, auch, ähm, die richtige Entscheidung, finde ich. Emanuel Buchmann, weil Tour de France ist mit den doch verhältnismäßig vielen Zeitfahrkilometern nicht so gut für ihn gelegen in diesem Jahr. Und der Giro d'Italia, da ist jetzt zwar die Strecke noch nicht bekannt, aber ist dann doch von den Bergetappen her traditionell immer anspruchsvoller. Ja, das sollte ihm schon mehr entgegenkommen als, als die Tourstrecke. Und, ähm, aus der anderen Seite der Medaille betrachtet, von Sponsorensicht her natürlich, natürlich ist es da sehr mutig, weil, ähm, Emanuel Buchmann natürlich auf dem deutschen Markt, äh, das Zugpferd des Teams ist. Und deswegen schalten die Leute natürlich im Juli mit unter den Fernseher dann auch mal ein, weil der da vielleicht um die Gesamtwertung fährt. Aber, ähm, wenn man den jetzt zum Giro schickt, ähm, weiß ich nicht, ob da, ob da die Sponsoren, die Deutschen, so glücklich sind. Andererseits könnte man dann sagen, okay, ähm, das ist jetzt die Abschiedsvorstellung von Peter Sagan, äh, da geben wir noch mal alles für das grüne Trikot, dass er das auf jeden Fall hohen wird und, äh, machen so den Sponsor glücklich. Wir haben in Boom, wir haben den, ähm, den, ähm, den Bora und, äh, Groh haben wir hier auf dem Podium in Italien. Wir haben das grüne Trikot in Frankreich. Na, was wir bei der Vuelta machen, das gucken wir noch mal. Also, äh, auch vor dem Hintergrund, ich, äh, ich weiß nicht, ähm, ähm, diese Sponsoren, Sponsoren nochmal, ne, wie, wie ein Buchmann, Buchmann aufs Tour de France gucken, machen die Leute den, den Fernseher an, weil sie die Tour gucken oder weil sie Emanuel Buchmann gucken wollen? Das ist, glaube ich, die Frage. Ich glaube, es ist dann ein Stammpublikum, was dann sowieso guckt, aber, äh, wahrscheinlich noch mal die Hälfte fast dazu, die dann, äh, noch mal einschaltet, wenn ein Deutscher ums Gelbe fahren würde. Echt? Aber auf der anderen Seite... Du bist der Fernsehmann von uns beiden, ne? Also, deswegen, ich werde ein Teufel ziehen mich da... Ich kenne da die Zahlen auch nicht, en Detail, aber, ähm, das Interesse ist natürlich signifikant höher, wenn da, wenn da von Deutschland in der Gesamtwertung vorne mitfährt. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, äh, Bora Hansgrohe hätte ja auch gar nicht viele andere Möglichkeiten, um dieses, sag ich mal, Anführungs- und Schlussstrichen, Luxusproblem zu lösen. Mit den vielen Fahrern, die sie sowohl für die Gesamtwertung als auch für den Sprint haben, die, ähm, bei den Rotfahrten irgendwie unterzubringen, weil, ähm, Peter Sagan möchte ja auch gerne Full Giro und Tour fahren. Und dann, ähm, hat man dem Pascal Ackermann auch versprochen, äh, dass er dieses Jahr die Tour de France fahren darf, ähm, das wären schon mal zwei Sprinter. Und dann hast du, ähm, haben sie jetzt auch noch bekannt gegeben, dass, äh, Wilko Keldermann, äh, wohl die Tour auch mit als Kapitän fahren soll. Lennart Kemmer soll noch fahren, Patrick Konrad soll noch fahren, dann hast du auch noch Nils Polet im Team beispielsweise und, äh, irgendjemanden brauchst du ja auch noch, der dir irgendwo mal ein Loch zufährt oder einen Sprint anfährt. Absolut, also das, äh, wie, wie, wie hieß das mal, gab's das nicht mal beim Fußball irgendwie in den, in den, äh, 90ern? Viele, ähm, viele Häuptlinge, aber keine, nee, wie? Viele Häuptlinge, keine Indianer. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Weil, äh, gespannt, also die irgendwie müssen sich aufteilen. Und, ähm, deswegen, ich finde das dann auch, wenn Buchmann das von vornherein oder wenn, wenn sie es so einplanen, dann finde ich das eine gute Sache. Also ich fand das eine vernünftige Entscheidung, freue mich da drauf. Was ich, das Einzige, was ich dabei so nicht, oder was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist, ähm, was so gerüchtet wird, wer da ja so beim Giro bei ihm an der Seite halt fährt. Also, wenn ich da lese, Felix Großschatner, Matteo Fabro oder Ben Zwiehoff, ähm, letzterer hat im Profiradsport noch, sich noch keine Meriten verdient, sage ich jetzt mal so. Und Matteo Fabro, Felix Großschatner sind jetzt solide Leute für die Berge, aber die können's natürlich nicht mit einer Streitmacht von Ineos irgendwo aufnehmen, wenn du ein rosa Trikot verteidigen willst. Also, da weiß ich nicht, ob man so viel Vertrauen in Emanuel Buchmann hat, weil ansonsten hätte man dann eine ganz andere Mannschaft zum Giro geschickt. Ähm, ich glaube einfach, dass man an der Stelle, dass das noch viel zu weit weg ist. Ich glaube, dass solche Aussagen oder dass solche Personalien im Moment noch so weit weg sind von dem, was dann wirklich da passieren wird. Das ist die Tinte nicht wert, die aufs Papier geschrieben wird da an der Stelle. Ja, aber zumindest einen Patrick Konrad hätte ich mir da schon gewünscht, dass der da an der Seite von Buchmann zumindest dabei ist beim Girofest, aber der soll jetzt fest die Tour fahren. Wenn man dann schon einen Keldermann und einen Chemner hat bei der Tour, verstehe ich so die Argumente dafür nicht, warum jetzt ein Patrick Konrad dann auch noch die Tour fahren soll. Von mir wirst du sie nicht bekommen. Ich kann sie dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Lass uns mal anrufen und fragen. Nee, ich habe auch kein vernünftiges Argument dafür. Mein einziges Argument ist noch Assistenz. Meiner Meinung nach maximal Potenzial für einen hinteren Top-10-Platz, Patrick Konrad, bei der Tour de France, wenn überhaupt. Und wenn ich dafür ein Giro-Podium oder gar das rosa Trikot mit Emmanuel Buchmann habe, würde ich diesen Platz immer opfern. Ja, absolut. Na klar. Nur, ich bin immer noch der Meinung. Also meine These steht, das ist alles noch mit sehr heißer Nadel gestrickt. Da passiert noch viel. Und ich bin da noch nicht immerhin überzeugt, dass das so kommen wird. Warten wir mal ab, wann die ersten Rennsern werden. Und nicht, dass sie am Ende noch ein paar Leute mehr zum Giro, also nicht mehr als die acht, die sie dürfen, aber dass die noch swappen, weil denen alleine schon die Rennkilometer von den Leuten für die Tour fehlen, dass sie noch ein, zwei Fahrer da rüberziehen. Ich glaube, das ist noch alles sehr, sehr. Aber so langsam hat man so ein bisschen immer mehr so das Gefühl bei Boa, das sind schon so ein bisschen Telekom-Desk-Zeiten. Also so ähnlich wie damals, die dann auch irgendwie mit drei Kapitänen da rumgekurvt sind, die sie dann aber alle zur Tour geschickt haben, wo sich alle gegenseitig hinterher gefahren sind, ist bei Boa momentan auch so ein bisschen die Problematik da, wo platziere ich welchen Fahrer bei welchem Rennen, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Also so schlimm wie bei der Telekom, die haben es ja über Jahre gehabt. Das müssen die noch ein, zwei Jahre machen und nichts damit holen, außer Blumentöpfe. Dann gebe ich dir recht, aber noch sehe ich da. Lass uns mal diese These hier irgendwie, ich schreibe das mal kurz hier mit dem Kuli an die Wand, dass ich die dann noch mal Ende Dezember oder nach der Saison überprüfe. Und gucken, was meine Frau dazu sagt. Aber naja, manchmal muss man auch verbringen. Aber wird es auf jeden Fall interessant. Und ich finde Boa Buchmann da schön. Kellermann hat mir eben schon mal der Tritt nach gegen Team Sunweb, hast du gesagt. Ja, hat ja bei dem Giro im letzten Jahr Platz drei geholt, auf dem Podium gelandet, aber sah natürlich lange Zeit nicht wieder sichere Siege, aber zumindest sehr aussichtsreich im Kampf um das rosa Trikot aus. Und im Prinzip ist es ja dann mit dieser Stift-Zerjoch-Etappe so ein bisschen gekippt in Richtung Geo Gegenhardt und Jay Hindley. Und ja, Kellermann hat sich über jetzt so ein bisschen im Nachhinein bei Velo-News, gibt es einen Artikel über die Taktik seiner Mannschaft damals vom Team Sunweb, ja mit Unverständnis geäußert. Und warum, er kann es nicht nachvollziehen, warum halt Jay Hindley nicht gewartet hat damals auf ihn. Und er hat nicht mehr so das Vertrauen in ihn gespürt, dass man sagt, er soll jetzt den Giro gewinnen. Und das fand er halt schade. Ich finde sowas immer ein bisschen traurig, dieses Nachtreten. Ich meine, für uns ist das natürlich als Interessierte immer spannend, sowas zu hören und solche Meldungen zu lesen. Ich finde, zu sagen, es hat keinen schlechten Stil, ist auch schon hart übertrieben. Aber er hat natürlich sein gutes Recht, sich zu solchen Rennsituationen aus der Vergangenheit zu äußern. Aber es ist immer sehr einfach dann zu sagen, ja hätten wir so gemacht, hätten wir das gemacht, hätten wir das gemacht, wären wir so gefahren. Hätte der auf mich gewartet und so weiter und so fort. Und es gibt genug Beispiele, das ist dann vielleicht auch sein Fehler, dass er es nicht eingefordert hat. Oder wenn die Mannschaft nicht überzeugt von ihm war, naja, welche Anlässe gab es denn in der Vergangenheit, die sie vielleicht zu dem Schluss haben kommen lassen. Oder andersrum, warum waren die nicht überzeugt von dir in dem Moment und so weiter. Warum hat man die andere Taktik gewählt? Nicht jede Taktik muss immer die richtige sein, klar. Man kann auch hinterher sagen, ey, war eine blöde Taktik, hätten wir besser wissen müssen, gut. Aber das nach außen zu tragen und außen auszutragen, finde ich immer ein bisschen unschön, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, es beschreibt ja auch da en Detail, wie er es auf der Etappe erlebt hat, dass er dann ins Radio geschrien hat, dass Hindley bitte warten soll. Aber das Auto dann zu ihm gesagt hat, nee, Jay, der fährt jetzt weiter vorne. Und das hat man dann im Fernsehen ja auch so ein bisschen gesehen, wo dann plötzlich dieses Sunweb-Auto von Geldermann weggefahren ist, vorne zur Spitzengruppe, hat man sich auch schon gewundert. Oh, jetzt fährt er da von dem Leader eigentlich weg, was soll das jetzt? Und so zu 100 Prozent durchschaut, habe ich diese Sunweb-Taktik da beim Jiro immer noch nicht. Nee, aber gerade eben, ich denke mir immer, es gibt ja so offensichtliche Taktikfehler. Schau dir irgendeine Saison von Team Movies da an und du wirst zwei, drei Rennen finden, wo der Chris mit dem Kopf auf den Tisch gehauen hat, du mit dem Kopf gegen die Wand. Und ich mir gedacht habe, Moment mal, also wo offensichtlich Sachen irgendwie nicht so gelaufen sind, wie sie unter normalen Bedingungen laufen sind. Aber wenn etwas bei dem Team, was ja sonst so einigermaßen durchorganisiert ist und wo man so etwas nicht gewohnt ist, so eine Entscheidung an der Stelle getroffen wird, dann denke ich mir immer, naja, okay, vielleicht so ganz grundlos werden die das nicht gemacht haben. Und das Team ist ja jetzt keine Guckentruppe, die das erste Mal ein Rennen gefahren ist. Ich bin bei dir, das war eine Situation, wo alle und viele gedacht haben, naja, komisch, aber wo ich mir dann auch gedacht habe, oder jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, was damals war, naja, im Grund werden sie schon gehabt haben. Ob das jetzt der richtige war im Nachhinein, ob das die richtige Entscheidung war, das steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt, aber so ganz ohne Grundlage, wenn die die Entscheidung damals ja so nicht getroffen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team da so gedankenlos war. Ja, vielleicht war es einfach der Situation geschuldet und wenn du dann natürlich einmal deinen Lieder im Stich lässt, also den Keldermann in dem Fall, dann gibt es ja auch kein Zurück mehr. Das ist ja auch eine Entscheidung, die innerhalb von ein, zwei Minuten getroffen werden muss, ob jetzt der andere wartet oder der vorne dranbleiben soll. Und wenn du das dem einmal gesagt hast, dann ist es halt zu spät, dann ist es halt vorbei. Aber es war halt auch irgendwie eine sehr, sehr komische Saison, vor allem bei dem Giro, der da so x Wendungen hatte und dann auch der Tour de France in den Leistungsdaten in nichts nachstand, sogar noch das Niveau scheinbar noch höher war. Also ja, da bin ich gespannt, ob sich das diese Saison einigermaßen wieder normalisiert. Das müssen, das wird ja auch zeigen dann einfach, wie die Saison verläuft, glaube ich. Also ich bin gespannt, also vor allem, ob es da nochmal irgendwie eine Rückmeldung vom Team Sonnenfeld zu gibt. Und ich meine, man sieht sich ja auch immer, was ich auch immer finde, der, also ich spreche jetzt mal über die Radbranche, also das, hier Verkauf und so, Räder, Fahrräder und so. Also diese Branche ist unfassbar klein und man sieht sich immer irgendwo wieder. Und diese Anzahl an Profis, die da in der ersten, ich sag jetzt mal in der ersten Liga rumfahren, die ist ja auch nicht so riesig. Und der Kellermann will, der, ich will nicht sagen, dass der hinter sich verbrannte Erde lässt, aber so richtig geil finden die das bei Team Sunweb DSM wahrscheinlich nicht. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn es irgendwann mal darum geht, fahren wir dem hinterher oder nicht, machen wir die Lücke zu oder nicht, da wird dann wahrscheinlich eher nochmal ins Funkgerät gegriffen und gesagt, so, der nicht. Das finde ich immer, warum man sich damit auch das Leben selber schwer macht für die Zukunft. Aber vielleicht bin ich auch zu wenig emotional dafür, das kann ja auch sein. Aber sowas braucht es ja, damit die Radsportfans etwas zu diskutieren. Ja, natürlich. Also aus der Perspektive immer mehr davon, mehr davon. Aber man versucht ja auch manchmal ein bisschen noch das rational anzugehen oder in der Suche nach Erklärungen, ja, da nicht nur emotional ranzugehen. Aber da sind wir gespannt. Also ich habe da noch nichts gehört, was aus der anderen Richtung kam. Aber Rolf Aldack hat jetzt auch mal einen schnellen Move gemacht und ist jetzt bei Bye, 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 haben sie gesagt. Und ist von Canyon Sram zu Bahrain Victorious gegangen. Ja, war vorher ja da involviert beim Damen-Team von Canyon Sram und vorher noch bei Dimension Data und zwischendurch noch Fernsehkommentator bei Eurosport, was ich dadurch jetzt, denke ich, auch erübrigt haben dürfte. Durch diese neue Tätigkeit wird er jetzt kaum noch nebenbei dafür den Job Zeit haben. Aber ja, interessanter Transfer jetzt von der Mannschaft Bahrain Victorious, jetzt dann auch Rolf Aldack da ins Management zu holen, ist mit Sicherheit einer, der sehr, sehr viel Erfahrung schon hat, was so auch sportliche Leitung von Teams angeht. Und für die Mannschaft mit Sicherheit eine gute Verstärkung und ja, von Rolf Aldack, das Einzige, was ich von ihm nicht so recht verstanden habe, warum er sich da in den Damenratsport begeben hat und dann jetzt da wieder weg ist, so schnell. Ach, ich, lass es vielleicht ein Mangel an Alternativen damals gewesen sein, in dem Moment, als er die Entscheidung getroffen hat, sich da einzubringen, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, aber warum nicht? Also, ich glaube oftmals ist es vielleicht auch, da haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, so ein Tapetenwechsel auch mal gut und mal vielleicht den normalen Profizirkus der Herren zu verlassen und mal zu schauen, auch, ich glaube, so im Sinne von einer Weiterbildung oder einer Fortbildung oder wie macht man das da, wie werden da Sachen angegangen und gleichzeitig eine Professionalisierung da. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein lukratives Angebot war. Canyons Jam ist ja auch eine wirklich extrem gute Mannschaft im Damenbereich und eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, wie nicht viele andere. Insofern, wie lange war er jetzt da? Ja, oder zwei, glaube ich. Ja, also immerhin. Aber jetzt, zwei Jahre, dass ich mal angeguckt, da konnte er vielleicht auch manche Vorstellungen nicht umsetzen, die er geplant hat. Also, vielleicht hat er sich auch mehr erwartet davon und ich finde das gar nicht schlimm. Also, ich finde das gut. Ich habe mich gefreut, dass er damals da hingegangen ist und bin jetzt gespannt, wie er da mit mir, also Landa, Bilbao, Wout Pouls und... Es ist jetzt auch so, wenn ich es richtig im Sinn habe, kein Team, was da jetzt irgendwie einen Übersprinter oder einen riesigen Etappenjäger in seinen Reihen hätte, sondern eher tendenziell in Richtung der großen Landesrundfahrten geht. Und, ja, bei seinen besten Stationen, nenne ich es jetzt mal so, bei HTC High Road, T-Mobile oder auch der König Quickstep war es doch eher so, dass er immer dafür gesorgt hat als sportlicher Leiter, dass die Mannschaft sehr, sehr viele Siege in Anzahl über das Jahr hinweg holt. Und er weniger für die großen Rundfahrten da war. Also, klar haben die mit Rigoberto Uran mal am Giro-Sieg geschnuppert bei Quickstep damals, aber so das große Renommee, was das angeht, hat er jetzt nicht. Und dann muss man auch mal schauen, ob er sowas dann auch kann. Ah, das ist vielleicht auch ganz einfach diese Herausforderung, die ihn gereizt hat, ne, sowas zu machen. Übrigens ganz interessant noch, da gibt es auch bei einem anderen Podcast, bei der Windkante gab es auch eine Folge mit Rolf Aldack, wo er so ein bisschen darüber gesprochen hat, auch warum damals das Team High Road aufgeben musste. Also, die hatten ja keinen Sponsor mehr, haben schlicht und einfach keinen Sponsor gefunden und sagt, draußen ist es im Nachhinein vielleicht ein Fehler gewesen, dass man so traditionell nur Radsport gemacht hat, weil die anderen Teams waren damals alle schon so. Also, High Road war die erfolgreichste Mannschaft, glaube ich, sogar nach Siegen in ihrem letzten Jahr. Und die anderen Teams waren schon immer so eingestellt, dass die auch was für die Sponsoren getan haben. Also, da durfte mal, weiß ich nicht, ein Vizepräsident von irgendeinem XY-Sponsor auch dann mal im Teamwagen mitfahren. Also, so den Erfahrungen zu bieten, die du halt sonst nicht kaufen kannst und die Sponsoren halt happy halten. Und das haben die halt gar nicht gemacht, weil sie sich nur auf Sportliche versteift haben. Und ja, dadurch sind dann wohl auch, war es halt nicht mehr so attraktiv für Sponsoren dann einzusteigen. Und da fand ich das ganz interessant, scheinbar nicht nur das rein monetäre, den der Return of Investment für so Sponsoren zählt, sondern halt auch so, ja, das ganze Package. Also, dass sich so ein Team auch so ein bisschen, dass du da, ja, Erlebnisse einkaufen kannst quasi. Ja, dass du so Ereignisse schaffst, ne? Also, das stimmt schon. Ja, wobei, das ist ja auch, also ein gemeinsamer Bekannter von uns hat ja auch schon, der damals für eine Lotto-Gesellschaft, glaube ich, ne, Wettgesellschaft, irgendeinem deutschen Wettanbieter gearbeitet hat. Und die damals dann von den Franzosen wiederum eingeladen wurden zum Einzelzeitfahren zum, war das Mont Ventoux? Ne, Alpe d'Huez, damals Ulrich gegen Armstrong, ne? Also, da haben die Franzosen es ja schon verstanden, ihre Sponsoren mit ins, der saß dann hinten im Teamfahrzeug von irgendeinem, bei irgendeinem kleineren französischen Fahrer und konnte da den Berg mit hochfahren. Ne, also manche Teams haben das ja schon sehr, sehr, sehr früh verstanden, ne? Und während andere dann einfach ewig noch brauchten und, ja, aber aus Fehlern lernt man, ne? Also, vielleicht ist das jetzt auch etwas, ist das ein Talent von Rolf Aldag, dass er solche Situationen jetzt anders einschätzt und das verstanden hat und das jetzt umsetzen will. Und ich glaube immer noch, ne, also, ich habe alles, was ich jetzt auch so über Bande mitbekommen habe, scheint, dass er auch ein sehr netter, freundlicher Kerl zu sein, abgesehen von seinem Know-how. Und dann wird er sich mit sich, vor allen Dingen, was ich auch finde, dass es schön ist, dass er jetzt von ausländischen Teams natürlich auch so nachgefragt wird, ne? Also, es wäre jetzt natürlich ein leichtes, wenn irgendein deutschsprachiges oder im Deutschen eher verwurzeltes Team ihn binden wollen würde. Aber, dass er noch, also, das ist so ein Zeichen wieder der Internationalität des Rennsports. Finde ich sehr, sehr gut. Ihm alles Gute da, viel Spaß und wahrscheinlich oft auch gutes Wetter. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommen schon so ein paar Meldungen, wo ich zugestehen muss, da wird es schon ein bisschen enger für mich mit dem, was ich da mitgekriegt habe. Das japanisches Unternehmen Nippo steigt bei Jonathan Wouters und Education First ein. Was macht Nippo? Ich kenne auch Nippo. Kennst du noch diese Schoko-Dinger? Waren das nicht die Kinder Happy Hippo? Nee, 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 nee. Das ist was anderes. Happy Hippo war... Nippo sind doch so Nilpferde, oder? Nee, das ist ganz was anderes. Aber wirklich ganz was anderes. Aber, äh, das meine ich jetzt, äh, wie soll man das schreiben? Weder als Kompliment noch, ähm, sonst irgendwie, sondern rein beschreibend, ähm, es gibt Nappo, nicht Nippo-Nappo. Kennst du Nappo? Nein. Also, ich weiß, dass jetzt mancher unserer Hörer, äh, eine Zeitreise machen wird. Ich glaube auch, ich möchte auch fast darauf wetten, dass wenn du ein Bild davon siehst, ähm, dass du sagst, ach das, ich schick dir gerade mal, äh, wo ist denn hier, Link kopieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ähm, ich schick dir mal ein Bild davon. Das sind so, na, ich weiß gar nicht, also das war definitiv nichts für Leute mit schlechten Zähnen, ähm, das waren so kleine rautenförmige Schoko-Dinger, die, ich weiß gar nicht, was da drin war, auf jeden Fall war das, ähm, mächtig klebrig und mächtig hart. Und da war ein minimaler, minimaler Außen-Schokoladenüberzug drauf. Nun ja, äh, Nappo und Nippo verwechselt, ähm. Ne, bei Nippo geht es, äh, um einen japanischen Stahlunternehmen, um einen japanischen Stahlunternehmen, wenn ich richtig informiert bin. Und, äh, ja, also, ähm, war mir irgendwo, nicht, dass es mir klar war, aber, äh, kommt für mich jetzt nicht überraschend, dass jetzt Jonathan Wartas da auch, äh, in Richtung Japan schielt. Der ist ja einer, der da sehr umtriebig ist, was so, ähm, Nischen in, ähm, Ländern mit großem Radsportpotenzial angeht, ähm, sich da einzukaufen oder Sponsoren zu holen, nachdem wir ja schon mal darüber geredet haben, dass er da in Kolumbien auch was macht, ähm, wo auch eine Radsport-Hochburg ist. Und in Japan darf man nicht vergessen, ähm, gibt's ja auch, äh, am Ende des Jahres einige Rennen immer, die auch sehr berühmt sind mittlerweile, ähm, und, ähm, von daher ist da, denke ich, auch ein großer Markt vorhanden, den man da bespielen kann. Jetzt vielleicht nicht aus rein monetärer, finanzieller Sicht, was das, äh, Unternehmen Nippo jetzt für, für seine Mannschaft einbringt, aber perspektivisch gesehen natürlich, ähm, was Marketing, Merchandising und sonst, ähm, alles angeht, äh, hat das enorm Potenzial, da in Japan was zu machen. Ja, absolut. Und weiter mit seinem sehr international ausgerichteten Team und seinem Ansatz, äh, das, das passt einfach, ne, also, äh, ich, man möchte fast meinen, dass er auf, erst mal versucht, auf jedem, ähm, Kontinent irgendwie einen Sponsor im Größeren zu haben, äh, um sein weltweit das Netz da auszuspannen. Und, ähm, ja, gefällt mir gut, also, warum nicht, ne, und, äh, wenn er, seine Marke Education First, ich meine, ich meine, das passt ja auch zur Marke, ne, also, was, was, äh, warum nicht, also, die Fracker werden ja wahrscheinlich weniger beliebt sein. Ähm, und ich hab jetzt mal gerade nachgelesen, also, die machen wohl den, den Straßenbelag, welcher Wärme schlucken soll, auch für die Olympische Spiele, die ja, so munkelt man dieses Jahr stattfinden soll, hört man auf gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Was machen die Straßenbelag, der Wärme herstellen soll? Ne, umgekehrt, äh, absorbieren soll. Ach so. Also, schlucken soll, also nicht, nicht noch wärmer machen. Ne, 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 ne. Ich verstehe, aber das wäre ja sonst was vielleicht, äh, für die Frühjahrsklassiker, da könnten die den ja verlegen, wenn es dann eher noch kälter ist, dass die Radprofis nicht, nicht frieren. Ja, aber dann wäre ja noch, entweder noch mehr oder noch weniger Matsch, das wird ja nicht, das wäre ja nichts für dich, das wäre nicht, äh, nicht in deinem Sinne. Ne, ne, aber für die Radprofis vielleicht ganz angenehm. Seit wann denkst du denn in so einer Situation an die Radprofis, ne, ganz was Neues? Ähm, das ist äh, gänzlich, äh, fremd. Hm, education first, Haken hinter. Hamel Knees hört auf schon, das haben wir, glaube ich, übersprungen, oder? Habe ich das gerade übersprungen? Ja. Ja, äh, holen wir nach. Christian Knees, irgendwie nicht überraschend, ähm, jetzt mit knapp unter 40, an die 40, äh, beendet er seine Karriere. Ähm, alles Gute. Das, äh, kann man wirklich von ganzem Herzen sagen. Ich glaube, ein Fahrer, der von vielen sehr geschätzt wird, die sehr nah dran sind und von denen, die mit dem Radsport nur so am Rande was zu tun haben und sich ein bisschen interessieren, völlig unterschätzt wurde und nicht so wahrgenommen wurde, was eigentlich er in seiner Karriere alles geleistet hat. Und vor allem, wem er geholfen hat, was zu gewinnen. Ja, also im Prinzip, für mich ist so die Karriere von Christian Knees auch ganz eng mit Chris Ruhm verknüpft. War für mich immer so ein bisschen die rechte Hand von Ruhm bei vielen großen Rundfahrten, vielleicht nicht unbedingt immer bei allen Tour de France-Siegen dabei, glaube ich. Aber, ähm, gerade so was die Vuelta und auch den Giro angeht, da war er immer ein zuverlässiger Partner und, ähm, ich glaube, er war auch in dieser Mannschaft, äh, bis zuletzt sehr, sehr geschätzt. Hm. Ja, auf jeden Fall und, ähm, äh, was ich, was man auch vielleicht mal erwähnen muss, ich habe das hier in dem Interview, was ich gerade nochmal, was ich damals schon gelesen habe und nochmal überflogen habe, ähm, Team Wiesenhof, Team Milram, Team Ineos. Er ist seit 2004, ähm, in der, im Profizirkus unterwegs, also jetzt, äh, 16, war 16 Jahre unterwegs in nur drei Teams, was ja auch wirklich, a, dafür spricht, wie groß die Wertschätzung in den Teams ist, für die er gefahren ist. Und, ähm, ähm, was für ein Beständ, die Beständigkeit, die er mit sich bringt, ne, jetzt als, und er war auch der drittälteste, das war mir gar nicht bewusst, der drittälteste Fahrer in der Pro Tour, jetzt im Moment schon. Ähm, ähm, insofern auch nochmal. Größter Erfolg immer noch Sieg bei Rund um Köln. Und komischerweise, da musste ich auch direkt dran denken, ähm, ich, äh, aus einer, ich habe noch eine kleine Anekdote, die kann ich aber, glaube ich, nur, äh, abseits des Mikrofons erzählen, äh, ich sage nur Kuhflecken-Trikots und, äh, wenig Freude darüber. Ähm, ja, alles Gute, ähm, dem Herrn Knies, ähm, ich glaube, er gehört zu den Leuten, wo man davon ausgehen kann, dass er clever genug ist, mit dem, was er verdient hat, umzugehen, ähm, und eine Familie hat, die jetzt auch nicht, äh, nur auf Sportwagen steht und das Geld mit vollen Händen ausgibt. Und, äh, dementsprechend, äh, wird sich das, glaube ich, alles in eine gute Richtung bewegen bei ihm. Und, äh, von ganzem Herzen. Danke für die Karriere und, äh, dass man dich oft bei den Rennen sehen durfte und, äh, ja, dann alles Gute. Äh, äh, Bora verpflichtet Skibergsteiger. Äh, was? Red Bull neue Sponsor? Also die machen, haben jetzt einen Skibergsteiger dabei, weil sie so hoch hinaus wollen. Nee, ähm, also es geht um Anton Palzer, ein, äh, Skibergsteiger, der jetzt beim Team Bora Hans-Grohe dann in dieser Saison fahren wird und, ähm, ja, es ist sozusagen der nächste Quereinsteiger in den Radbord, ähm, nachdem, ja, bereits Primoz Roglic für Furore gesorgt hat als Skispringer aber, nicht Skibergsteiger, ähm, verspricht man sich vielleicht jetzt bei Bora Hans-Grohe ähnliches, ähm, Ähm, wie man so gehört hat, scheinen zumindest so die körperlichen Parameter, was so V2 Max-Wert und, äh, des Weiteren angeht, zumindest in, in sehr hohen Regionen angesiedelt zu sein. Und da muss man natürlich immer sehen, was da natürlich dabei fehlt, ist die radfahrerische Komponente, also wie kann sich so jemand, der auf dem Niveau noch nicht Rad gefahren ist, äh, in einem Peloton bewegen und dementsprechend vor allem auch eine Leistung dann über einen längeren Zeitraum und nicht nur bei ein, zwei Tests, äh, über drei Wochen dann halt, äh, auch über einen längeren Zeitraum gewährleisten, aber was natürlich so ein bisschen hinter dem Deal steckt, ist, glaube ich, die Tatsache, dass dieser Anton Palza, äh, schon länger von Red Bull gesponsert wird und, äh, dass natürlich für Bora sehr attraktiv ist, weil sie somit, äh, dann die Chance wohl hatten, äh, Red Bull auch als neuen Teamsponsor, äh, mit an Land zu ziehen. Da stellen sich jetzt für mich mehrere Fragen, ne, also ich, ich, ich muss, hab grad die ganze Zeit das Bild im Kopf, ich, bloß weil ich gerne esse, heißt das nicht, dass ich mich in einer Drei-Sterne-Küche, äh, bewege und dort mitkoche, ne, weil das ist nicht meine Baustelle. Also ich hätte als anderer Profi schon ein bisschen Schiss, wenn du jemanden, der vielleicht schon viel Radkom, Radkilometer abgespult hat, äh, aber in den Peloton zu fahren, ist ja nochmal ganz was anderes. Also ich bin da wirklich, 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 ähm, äh, ein bisschen Furcht, äh, Furcht, Furcht, voll Furcht für die anderen Fahrer, äh, Punkt eins, den ich ja anbringen wollte, Punkt zwei. Warum darf der mit dem anderen, also der fährt jetzt mit so einem Red Bull Calimero-Hut, ähm, warum kann der mit dem anderen Helm fahren? Also, was soll, also klar, die Idee dahinter ist wahrscheinlich, dass der in dem Feld dann noch besser erkannt werden kann, aber wo sind wir denn hier, dass hier jetzt jeder seine, seine eigene Hutfarbe mitbringen kann? Ich kann mir gut, gut vorstellen, dass es da im Reglement der OCI, äh, vielleicht irgendwo ein Schlüpfloch gibt, das da besagt, nicht alle Fahrer müssen exakt den gleichen Helm sein und von daher wäre es dann natürlich marketingtechnisch aus Red Bull-Sichten absoluter Sponsorenkapp, wenn ich dann, äh, so einen einzigartigen Helm im Peloton hätte. Ja, das verstehe ich, aber da bin ich jetzt, äh, bin ich bei dem Punkt bloß, weil es ein Schlupfloch gibt, heißt es nicht, dass ich das Schlupfloch nehmen muss, ja, also das, dann sollen sie doch einfach alle diesen Red Bull-Helm tragen, das wäre doch dann genauso irgendwie ein Schlupfloch, also, und das führt eigentlich zum nächsten Frage, warum zum Henker wird nicht einfach dann Red Bull Sponsor bei Borahansgrohe mit? Also, weißt du, warum müssen die da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Fremdkörper ist jetzt übertrieben und vielleicht werde ich auch in einem halben Jahr, äh, völlig an der Meinung sein, aber... Das heißt ja jetzt noch nicht, dass die nicht auch Sponsor bei Borahansgrohe werden, also die sind jetzt im Radsport bislang noch nicht großartig... Äh, stopp, 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 Einspruch, euer Herrn, äh, im MTB-Sport, natürlich ganz großartig. Das ist klar, aber noch was anderes, das ist ja nicht der Profi-Straßenradsport. Ja, okay, ich wollte nur an der Stelle, bevor jetzt die Hörer, äh, schon mit gespitzten Bleistift uns die Lehrer dieser Briefe schreiben, wollte ich das nur kurz an der Stelle einbringen, ne, also... Ne, das ist klar, dass die da engagiert sind, das war mir auch schon bewusst, aber jetzt im, ähm, Straßenradsport noch nicht so großartig ist, für die auch jetzt eine neue, neues Bedienfeld und vielleicht wollen die ja auch erst mal gucken, äh, wie funktioniert das überhaupt erst alles und, ähm, kann man damit Geld verdienen und wenn das ganz gut vielleicht anläuft, dann, äh, wird diese Partnerschaft vielleicht auch noch ausgebaut. Ja, also grundsätzlich gegen den, ähm, es gibt ja gegen den Sponsor Red Bull, habe ich mal aus anderen Sportarten gehört, durchaus Vorbehalte, äh, sehe ich jetzt nicht, also im MTB-Sport funktioniert das ja auch ganz fantastisch und, ähm, hey... Die nächste Frage ist natürlich noch, was ist dann in den Bedons drin? Koffein ist ja in größeren Dosen ja auch als Dopingmittel, ne, also ich glaube, so ein 100-Meter-Sprinter, wenn er sich vorher mal, äh, 25 Espresso reinzieht, dann ist der Test auch positiv, ne? Gut, also wird er wahrscheinlich andere Probleme nach 25 Espresso haben, aber, oder Espressi oder irgendwie warmgetränken, ähm, ja, ne, also keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich schon die ein oder andere Dose da rumstehen sehen dann im kommenden Jahr, ähm, aber das, das Geschenk, ne, dass ein Sponsor seine Produkte da produzieren, äh, pro, pro, äh, promoten will, natürlich, ne, aber die Geschichten... Ob das dann so gesund ist, ist die andere Frage. A, das und B, die Geschichte mit dem Helm stört mich am meisten. Und die Gefahr für die anderen Fahrer, ne, das sehe ich also wirklich kritisch und, äh, der muss nur mal, wenn er das erste Mal, ähm, sag ich mal so ein, und, keine Ahnung, den Sagan abgeräumt hat, dann, äh, dann gibt's bei Bora auch, äh, da kann er seinen Helm noch so anziehen, dann gibt's ein paar... Bislang hat man noch nichts gehört aus dem Team-Trainings-Dage am Gardasee. Ja, vielleicht ist der da auch noch kurz damit beschäftigt, vielleicht muss der die Berge, die die hoch... Ne, steht, steht ja auch drin in der Meldung, die wir verlinkt haben, äh, er stößt dann erst, äh, später, also zur Mannschaft scheinbar. Ja, der muss noch, äh, der muss die Berge noch auflaufen. Früher nach dem Ende der Skisaison zum Team stoßen. Äh, Moment mal, ich sag, der ist Bergsteiger, aber was war der jetzt? Du musst ja noch eine Skifreizeit leiten, oder was? Er ist Skibergsteiger. Ach so, Skibergsteiger. Ah, Entschuldigung, das hab ich dann wieder nur die Hälfte. Ich wusste nicht, dass es eine Skibergsteiger-Saison gibt und welche Wettkämpfe die er machen. Ich find das alles ein bisschen grotesk. Aber wo wir bei grotesken Meldungen sind, Boransko hat nicht nur einen Skibergsteiger, ähm, äh, sich eingekauft, sondern hat sich dann gleich auch noch, äh, äh, ein, ja, ein 17-jähriger Jungprofi, der der nächste Ävenepol werden soll, so die Überschrift der Meldung, ähm, verpflichtet. Und, äh, ich frag mich, wo wollen die denn noch hin? Ja, demnächst stehen die auf der Frühsteinstation, hä? Ja, also, ah, das, nee, aber ich meinte auch mit, ähm, wo wollen die noch hin? Also, wie viel Fahrer, also, wie, ich muss mal grad gucken, ob ich hier irgendwie den Kader von Boransko finde. Naja, aber dieser, ähm, 17-jährige, ähm, Can Uytje de Brux, äh, aus Belgien, wird zunächst erstmal für das Farm-Team von Boran, also für Auto-Eder fahren. Aber natürlich ist es immer damit so ein bisschen verbunden, dass, äh, dann das, äh, richtige Profi-Team dann ein bisschen in der Pole-Position auch ist, was dann die Übernahme angeht. Ja, also, wie damals, ähm, wie hieß es nochmal, Team Mappeine, die dann auch diese zwei Teams eigentlich hatte, ähm, das macht absolut Sinn, aber ich frag mich auch gerade, ne, also, wo, also, äh, schön, dass sie so ein Budget haben, es freut mich für sie, aber, pff, da wird auch schon viel, viel am Tisch gelegt, ne, wenn ich mir so mal die Teams angucke und wenn ich dann sehe, dass solche Fahrer dann auch mit 17 schon geholt werden, wahrscheinlich ist das Invest jetzt noch nicht so riesig, riesig groß, aber nichtsdestotrotz, der will auch bezahlt werden und der hat dann auch noch seinen Berater und, ähm, ja. Wer weiß, wenn, wenn, wenn das wirklich so ein Riesentalent ist, dann ist es vielleicht wert. Ja, absolut, ne, also klar kann das der nächste große Wurf sein, ne, aber wir haben schon oft gesagt, auch hier in der Sendung, ne, so 17-Jährige, was da an Entwicklung noch passieren wird, ähm, ist mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie lange dann die Karrieren dauern. Ja, ja, das auch, sag mal, fällt mir grad ein, wusstest du eigentlich, ich weiß nicht, ob das noch, ähm, ne, äh, das Hirschi ist nicht, war der nicht der, ähm, weil wir grad eben Berater und, 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 äh, Manager und so, dass Kancelara der Manager von Hirschi ist, hab ich das geträumt? Öff, ist mir so nicht bekannt. Aber Kancelara, dass der irgendwo als Manager unterwegs jetzt ist, Kancelara Hirschi, ähm, Hirschi, äh, jung Hirschi, aber die, ähm, aber die hat so sein, Manager weiß, wie sich das anfühlt. Es ist Kancelara, genau. Tatsächlich, ja. Ne, das wusste ich nicht. Äh, ist mir jetzt gerade wieder irgendwie eingefallen, weil ich da, ich bin letztens noch mal über die, über Kancelara gestört bei dem Zusammenhang mit seinem Engagement für die Firma, ähm, Gore, also die Gore-Tex Bikebekleidung, und da hab ich nochmal geguckt, was macht Kancelara jetzt, und da, das war auch kurz nachdem die Hirschi Geschichte raus ist, also, äh, ja. Kommen wir dann nochmal darauf zurück, ne, also, solltest wir seinen Manager eigentlich nicht darum gehen, noch irgendwelche großen Gelder zu kreieren, ne, weil das, also, das soll er hoffentlich nicht nötig haben, also, wenn das noch der Fall ist, hui, hui, hui. Ähm. Wer weiß, vielleicht hat er auch irgendwas an seinem Fahrrad rumgebaut. Ja, wer weiß. Vielleicht hat Hirschi auch im vergangenen Jahr das alte Fahrrad von Kancelara von Paris-Roubaix aufgetragen, und ist deswegen, nun ja, weil wir da hinten schlagen. Oder vielleicht hat er auch das von Peter Saga eingestohlen. Ja, das kann auch sein, äh, wobei, pff, also, ähm, bei Specialized sind, 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 sind sie eingestiegen und haben nicht nur das Fahrrad von Kancelara, äh, ab, 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 abgeholt und mitgenommen, sondern ebenso verschwunden sei das Modell von Kancelara nach der Bundesgame-Trikasse Tour de France, Toni Martins Zeitfahrrad, ähm, dann zwei Grunderräder. Also, ich hab da noch eine andere Meldung irgendwo gesehen und hatte auch die, die Fahrräder gesehen. Ich, ich, ich war, also, ich frag mich, was machst du mit dem Rad? Also, fahren kannst du es nicht. Das ist, das ist schon mal klar. Kannst du schon, nur die Frage, wie oft. Ja, also, nicht oft und, äh, macht ja auch keinen Spaß. Also, das ist ja jetzt auf den, also, müsstest du schon echt zufällig, also, was machst du mit dem Zeitfahrrad von Toni Martin? Äh, und wie willst du den Sammler, der das Geld auf den Tisch legt, um das wiederum zu verkaufen, äh, wie willst du den finden? Also, äh. Ja, du kannst im Prinzip nur die einzelnen Komponenten verkaufen. Ja, aber guck mal, die sind ja auch schon, ne, also, 2010, das sind zehn Jahre alte Komponenten, die kriegst du jetzt bei Ebay auch nur noch für ein Apple und einverkauft. Das ist ja schon, ne, also, funktioniert ja nicht mit nichts von heute mehr. Das ist ja auch so, hey, sagst du hier, äh, hier 2010 super, ja, zehn Jahre alter Scheiß. Kannst du einen Gebrauchtmarkt hier bei MTB in die Hunde einsetzen und kriegst noch ein bisschen was dafür. Aber dafür hast du noch nicht mal den Transporter gemietet, mit dem du den Kram weggefahren hast. Komische Sache. Also, ich kann mir, also, ob sowas auf Bestellung dann läuft. Ich, ich hab ja, ja, mir wurden mir einfach schon mal die, so Geschichten zugetragen, wenn die, äh, wenn so Teamwagen aufgebrochen werden, ne, also, äh, dass die Räder auch relativ zügig irgendwo wieder auftauchen, dann auf einmal. Vor allen Dingen, wenn die Versicherungssumme schon gezahlt wurde. Ja, aber im, im Kunstbereich ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass, äh, so berühmte Gemälde und so auch auf Auftrag halt, äh, aus Wohnungen geholt werden, weil sich das ein Liebhaber gerne irgendwo ins Wohnzimmer hängt. Gut, ne, aber dafür, aber ein Zeitfahrrad von Toni Martin anstatt der Mona Lisa ins Wohnzimmer hängen oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt man auch näher dran, aber komische Nummer, komische Sache. Also, frage ich mich, ne, also, vielleicht bin ich da auch nicht, bin ich da auch nicht so Fan von jemandem genug für, also, würdest du dir ein Fahrrad von, keine Ahnung, äh, auch ein Fahrrad von Pantani? Das würde sich hier schon gut machen, so ein Bianchi. Vielleicht denke ich da noch mal drüber nach. Würdest du dir ein Fahrrad von Pantani an die Wand hängen? Würde ich schon, dürfte ich aber gar nicht. Echt nicht? Ich frage mal, bis zum nächsten Mal, hier, ich musste mir eben schon ein To-Do aufschreiben, schreibe ich mir mal auf, darf ich mir Pantanis Rad an die Wand hängen? Ich glaube, ich glaube meine, was denkst du, du kennst meine Frau ja auch, die wird, glaube ich, nicht, also, die werden jetzt nicht begeistert, die werden nicht begeistert und wird dafür wahrscheinlich fordern, dass irgendwas anderes dann, keine Ahnung, aber es wäre so ein Deal, den wir aushandeln müssten. Agir Dessert will Alaphilippe holen. Wenn ihr die Specialized-Räder findet, dann bringt die bitte hier bei mir in den Keller, ich werde die dann zurückbringen. Alaphilippe soll zu Agir Dessert. Er hat jetzt noch Vertrag im nächsten Jahr bei der König Quickstep und wie man so zwischen den Zeilen hört, ist Patrick Lefebvre schon so ein bisschen am Durchdrehen, weil ihm stinkt es halt gewaltig, dass ja, Agenten, also die Berater, der Fahrer, immer häufiger auf Teamwechsel drängen, um immer mehr Geld natürlich zu verdienen, weil bei jedem Teamwechsel verdient natürlich auch der dementsprechende Berater mit. Oh und Alaphilippe's Vertrag, der läuft jetzt noch bis zum Ende 2021 und danach ja, ist im Prinzip auf dem Markt. Das ist die Frage, verlängert er noch bei der König Quickstep, aber ich schätze das so ein, dass seine aktuelle Mannschaft ihm finanziell nicht das gleiche bieten werden, nicht das gleiche bieten kann wie Agir Dessert, weil da ist ja jetzt Citroën ein sehr, sehr potenter Sponsor an Bord und die haben, denke ich, sehr, sehr viel Geld und könnten den auch verpflichten, wenn er denn da hin will. Eben und also da verstehe ich jetzt Lefebvre nicht so ganz, also wenn, er hätte, er hätte ja die Möglichkeit, einfach Alaphilippe auch einen längeren Vertrag zu geben, der hat Ende des Jahres, ist der Fahrer, ja, ablösefrei, oder was heißt ablösefrei, kann machen, was er will, der Vertrag ist Ende des Jahres und das finde ich schon ein bisschen schwierig, Lefebvre's Haltung da an der Stelle. Übrigens möchte ich an der Stelle ganz kurz erwähnen, es gibt eine sehr schöne Folge von, aus der, aus dem Wrendkosmos, Geschichtsunterricht zum Thema Bossmann, Bossmann oder Bossnan? Bossmann, ne? Bossmann. Ja, das ist ja damals, also ich habe das, ich kann mich da erinnern, sogar so aus meiner Jugend oder so, dass ich, das ist so ganz am Rande mitbekommen habe, du warst wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, wenn du warst 95, könnte es sein? Könnte hinkommen. Aber was das überhaupt für den ganzen Sport und das quasi alles auf den Kopf gestellt wurde, was es bis damals gab, das, das fände ich sehr erinnend, also ich weiß nicht, ob ich das, den Link nochmal so schnell finde, aber ansonsten, wenn ihr WRINT und, also W-R-I-N-T, W-R-I-N-T, ist nicht tot und Bossmann findet, dann werdet ihr es finden, oder es gibt es auch beim Deutschlandfunk Nova gab es eine Sendung dazu, also das fällt mir nur gerade an der Stelle ein, weil das ja im Prinzip auch in die ähnliche Richtung geht. Ja, ich meine, wenn Alaphilippe am Ende des Jahres vertragslos ist, kann sich jeder bewerben, um ihn zu bekommen und kann auch verstehen, dass ein französisches Team dann mit noch dem französischen Sponsor Citroen, ja, dass sie den haben wollen und klingt für mich jetzt auch nicht, als wäre das eine schlechte Entscheidung für ihn, für den Fahrer. Ja, die andere Frage ist dann aber, ob das Sport nicht so sinnvoll ist. Ja, klar, aber dafür, also ich halte jetzt Alaphilippe für, im Kopf der klug genug ist, so eine Entscheidung, nicht nur mit dem Portemonnaie anzugehen, sondern auch die sportlichen Aspekte des Ganzen zu sehen und, ja, das wird schon, ne, und Van Aert, der ja auch, glaube ich, gerade eine relativ gute Cross-Saison fährt, ja, da habe ich, das Belgischer Meister hat es wieder gewonnen. Ja, ne, übrigens haben wir die Meldung von Aru, Fabio Aru auch drin, der mit seinem Cross geht mir aber langsam schon fast auf die Nerven ein bisschen, ne. Klar, aber macht er ja gar nicht so schlecht. Ja, ne, aber dass er das auf einmal jetzt auf seinen alten, also wie als wenn er irgendwie, keine Ahnung, das ist wie so eine junge neue Freundin, die er kennengelernt hat, wo der sich, ach guck mal. Er ist halt motiviert für seinen neuen Arbeitgeber jetzt. Ja, das ist ja auch schön, mich freut das, nur irgendwie verwirrt mich das auch, dass er so auf seinen alten, also ich weiß nicht, ob der, war der schon mal in irgendeiner Zeit Cross-Aktiv oder? Ich glaube, er war früher auch schon mal Cross-Fahrer. Okay, dann habe ich das übersehen, aber ich finde, also ich finde das auf eine, ich glaube das einzige richtige Wort, was mir dazu einfällt, ist, ja putzig, ich finde das putzig, was der da macht. Ich gucke gerade mal in 2011, also Cross sehe ich hier nix, äh, italienische Etappen, in 2011, naja, ähm, jetzt haben wir den Sprung, Van Aert, genau, Van Aert und Jumbo Wismar einigen sich über einen neuen Vertrag, das hatten wir aber auch schon, äh, von den Dächern gepfiffen, oder? Geahnt, ja, aber auf der anderen Seite gab es zwischendurch auch Gerüchte, dass, äh, Ineos da auch mit einem sehr, sehr lukrativen Arbeitspapier gewunken haben soll. Ja, Arbeitspapier klingt schön, so ein Heftchen. Ähm, ja, aber, ich glaube, also, gibt es eigentlich irgendwelche, ich sag mal, Fahrer aus dem Bereich Benelux, ähm, die bei Ineos schon mal wirklich gut und erfolgreich waren? Aus Benelux? Ja. Äh, Wout Pools? Mhm. Beispielsweise. Aber für ein Team, was so eine Leistung oder so viele Siege in den letzten Jahren auch, ähm, gebracht hat? Ja, das ist ja gar nicht mal die Quantität der Siege bei Ineos, sondern die sind ja vor allem auf die großen Rundfahrten spezialisiert und da. Genau, die Rund, okay, also die belgischen Klassiker lassen aus dem Klassiker und so, hm, ja, gut, mal welche gewonnen, aber so richtig deren Ding ist das nicht. Nee, also der einzige Fahrer, der mir jetzt noch einfällt, der aber auch gar nicht aus Benelux kommt, ne, so ein Boston Hagen, der da mal einigermaßen Aufsehneriger hat. Oder Ian Stannard, Garen Thomas war da auch noch einer der Besseren bei den Pflaster-Klassikern hat er noch gefunden. Aber so von den, von den Benelux-Fahrern, ne, da hat nie irgendjemand, ne, also, die ja eine große Geschichte da auch haben grundsätzlich, ne, also hat sich noch nie jemand da irgendwie hervorgetan. Fällt mir nur jetzt gerade bei der Geschichte von Art ein, also dass das noch nicht der Fall war. Ja, und vielleicht auch deswegen entscheidet er sich dann letzten Endes vielleicht für den Verbleib bei Jumbo Wismar, weil bei Ineos vielleicht nicht so das Know-how für die Klassiker oder das Gespür dafür da ist, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie will er sich jetzt weiterentwickeln, hat schon gesagt, dass er auch gerne im nächsten Jahr mal eine einwöchige Rundfahrt gewinnen will. Wenn er in Richtung Grand Tours gehen möchte, dann muss er mit Sicherheit noch ein paar Kilos verlieren und kann dann vielleicht nicht mehr so reinhalten bei den Frühjahrsklassikern. Also schwierige Frage, wo er auch dann hin will. Ja, aber mit 26, er hat ja jetzt auch noch ein paar Jahre, wo man durchaus sagen kann, okay, da ist Luft nach oben. Also wenn er jetzt sagt, okay, ich versuche es mal, ich finde den anderen Satz eigentlich ganz gut, nicht jetzt sofort zu sagen, ey, ich will jetzt der Kapitän von der Grand Tour werden, sondern zu sagen, ey, ich lasse mich erst mal beweisen bei einer einwöchigen Rundfahrt, ob das was für mich ist und wenn das was ist, dann kann man ja immer noch weiterschauen und gucken, wo es hingeht. Aber auch in der Mannschaft wird es, wenn er in Richtung Grand Tours gehen will, langsam eng. Ja, da sind jetzt auch nicht unbekannte Namen, also alleine, wen haben sie dieses Jahr nochmal dazu gekauft, außer ihm? Roglic, Stimula, Sepp Kass haben die auch noch. Sepp Kass, Kreuzweig. Ja, aber deswegen ist der Ansatz ja zu sagen, okay, ich möchte vielleicht mal dieses Jahr auf eine einwöchige Rundfahrt gehen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wie lange ist der Vertrag? Zwei, drei Jahre wahrscheinlich. Jetzt zu sagen, okay, ich mache im ersten Jahr mal eine einwöchige Rundfahrt und mal gucken, in zwei, drei Jahren, wie die ganzen anderen Jungs um mich herum aussehen. Also wer da noch da ist. Dass ein Roglic mal irgendwo noch einen noch größeren Vertrag vielleicht gewunken wird oder ein Sepp Kass, kann ja auch sein. Also es ist ja alles nicht so, dass das jetzt auf Jahre in Stein gemeißelt ist, was da so ist. So, jetzt haben wir ganz kurz mal hier Luft geholt, Fenster aufgemacht, durchgelüftet, immer viel lüften die Tage, ganz wichtig. Und guck mal, was wir noch haben. So, jetzt sind wir auf der Endspurt. Ineos-Fahrzeuge beschmiert. Na, so etwas. Wer macht denn sowas? Diese komischen Panzer oder welche Wagen hat man? Hat man die normalen Autos beschmiert von denen? Ja, die ganz normalen Teamfahrzeuge. Also nicht nur Autos, sondern auch den Teambus unter anderem und den Fahrrad-LKW. Das scheint mir jetzt aber, wenn ich mir jetzt das angucke, Ineos will fail. Und ist jetzt die Frage, hat man wirklich das Radsportteam da so angreifen wollen oder geht es einfach um die Fracker? Ich glaube eher, das ist eine Aktion von Umweltaktivisten, die von Umweltaktivisten ausgeht. Weil irgendwo hatte ich jetzt zuletzt auch gelesen, dass da jetzt auch schon irgendwelche Tatverdächtigen ins Visier der Polizei geraten sind, der belgischen Polizei, weil es war ja im ostflämischen Deinze. Und die soll man da jetzt wohl auch schon ausfindig gemacht haben. Ja, ich denke, es ist weniger eine Aktion gegen das Team als solches, aber es ist eher gerichtet in Richtung des Konzerns. Ja, und da kann man ja auch durchaus der Meinung sein, dass das, also Gewalt ist nie die richtige Lösung. Das ist klar. Um Gottes Willen, wir verurteilen das aufs Schärfste. Ja. Und, aber, ja, dass man natürlich dann da an der Stelle das Team, beziehungsweise die Aufmerksamkeit, die dem Radteam, ich meine, wenn die jetzt hier in Köln um die Ecke vor der Konzernzentrale, Konzernzentrale, das da an die Wand gesputt hat, natürlich wahrscheinlich keine Sau interessiert, aber jetzt da, dass die Teambusse sozusagen als wandelnde Litfaßsäule zu benutzen, ist natürlich eine andere Nummer. Aber wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, Gewalt ist nie die Lösung, Gewalt ist die Kapitulation des Verstandes. Und wie jedes Jahr auch, am Anfang der Saison, frage ich mich bei den ganzen neuen Trikots, A, wie soll ich das in meinen Verstand reinkriegen? Und bei manchen Trikots, das ist auch die Kapitulation des Verstandes, was da sich Menschen ausgedacht haben. Und wer hat die beschmiert? Ja genau, wer hat die beschmiert? Sehr schön. Gehen wir mal ein paar Trikots durch, das ist für euch jetzt natürlich ein bisschen weniger interessant, ihr müsst einfach vielleicht auf die Show Notes gehen, weil wenn ihr nicht bei Spotify unseren Podcast hört, sondern ganz normal mit einem Podcatcher, dann gibt es unten ein Show Notes und da kann man draufklicken und dann sieht man das Bild von zum Beispiel der König Quickstep und Sam Bennett in seinem Trikot und da muss ich sagen, das erinnert mich ein bisschen sehr an das Trikot von Ineos, dieses Rot-Schwarze, war das letztes Jahr oder das Jahr davor schon? Bisher davor, wenn dann. Ja, ne? Also so. Ja, die haben jetzt da unten so einen ganz dunklen Absatz bis zur Brusthöhe, sage ich jetzt mal und oben so ein helleres Blau. Ja, also ich finde es nicht schlecht, nicht gut, es ist so ein typisches Quickstep-Trikot. Ja, also Quintessenz des Ganzen, sie haben alle Sponsoren untergekriegt. Das ist so, was ich da sehe. Also hätte man auch schön machen können, würde ich als Überschrift geben. Agé Deser, das Schöne ist, ich habe noch nicht alle Trikots gesehen, die hier drin sind. Das heißt, ich könnte eigentlich auch tippen, also Agé Deser, würde ich behaupten, vorwiegend Blau, Weiß und Braun. Nur noch Blau, kein Blau mehr. Nein, ganz andere Farbe. Zumindest das Trikot. War ich bei einer anderen Mannschaft? Nee, Agé Deser war da früher. Aber schönes Trikot, gefällt mir. Hätte ich nicht gerechnet. In den letzten Jahren haben die ja eigentlich, fand ich immer so regelmäßig von uns hier so ein bisschen auch den Schwarzen Peter für das hässlichste Trikot zugeschoben bekommen. In diesem Jahr finde ich es so ein bisschen andersrum. Ganz gut gemacht, so traditionell weiß und dann war so ganz aus der Reihe gefallen, diesen Schriftzug der Sponsoren da so diagonal drauf zu schreiben. Ja, das gefällt mir. Also ich würde sie nicht kaufen. Aber wenn ich jetzt Fan von Agé Deser wäre, wäre das jetzt ein Trikot, wo ich sage, da kaufe ich zwei von, damit ich lange was davon habe. Sehr, sehr schön auch. Ich würde behaupten, dass die Hose im braunen Ton gehalten ist. Gefällt mir auch ganz gut. Also mal was anderes. Also sehr, sehr schön. Ich bin gespannt natürlich. Kann mir vorstellen, gibt das Ärger bei der Tour, dass die im weißen Trikot so fahren? Ist das zu weiß? Weiß ich nicht. Vorsichtig. Nö. Da gab es ja auch bei Drecksäger Fredo und dem weißen Trikot noch viel größere Verwachsungsgaben. Ja, okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Nur wenn es halt gelb wird, dann wird es halt vor allem den Franzosen kritisch. Aber auch mit dem Schriftzug, so gefällt mir gut. Hat sowohl ein bisschen was Retromäßiges als auch was Neues. Also echt gut gemacht. Schön. Ich bin verwundert. Hätte ich nicht gedacht. Weiß man, du bist ja da nicht so der Experte drin, aber weiß man, wer der Ausrüster da ist? Also von der Bekleidung? Wird mich mal interessieren. Das kann ich dir nicht sagen. Ah, je de ser mondial. Bla, bla, bla. Hier ist Team. Also einzelne offizielle Teamseite. Also wer die Kleidung immer macht, das interessiert mich immer noch so ein bisschen mit. Auch das Bild, das Bild aber jetzt auf der Seite von der Gilles Dessert. Wie heißt der mal? Philipp Antor fährt er ja. Wusste ich gar nicht, dass der Radsport macht. Wo haben wir denn hier Partner? Ach, alles wieder nur Französisch. Na klar, kommt jetzt nicht überraschend. Technik, Technik Majeur, das Italien, weil der Rosti nie gehört. nie gehört. Naja, aber hat sich das Investment schon mal gelohnt? Ein paar tausend Leute haben jetzt hier schon mal gehört. Alles klar? Das ist Rosti. Die machen Radsportbekleidung. Nicht so teuer? Hm, geht. Ist jetzt auch nicht alles mein Stil, sag ich mal ganz vorsichtig. Ich schick dir mal den Link. Da sind ja manche Sachen bei, wenn du da runterscrollst. Da wundere ich mich fast, dass sie sowas Schönes hingekriegt haben, um ehrlich zu sein. Naja, müssen ja vielleicht nicht die gedesignt haben und Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ich gucke mal, ob ich den Link dir direkt schwingen kann. Ja, aber gefällt uns. Schönes Trikot. Ja, Rosti, Klamottenmarke, nicht jedermanns machen, auch Triathlon-Sachen und ich glaube auch so Teambekleidung, Uomo, Donna, Agile Dessert. Italienische Ausstatter, oder? Ja, genau, italienische Ausstatter sind die. Aber scheinen das ja früher auch schon, ich hatte ja noch VD in Erinnerung für Agile Dessert, aber das ist vielleicht schon länger her. Nun ja, Rosti Bar, die haben eine Bar. Hey, hey, das gefällt mir. Machen wir weiter, bevor wir uns zu lange mit Agile Dessert aufhören. Ein Drecksiger Fredo. Haben die ein neues Trikot? Das hatte ich mich auch gefragt. Ja, es ist sehr ähnlich zu dem alten. Also, da hat sich an den Applikationen jetzt nicht viel geändert. Aber ich finde es immer noch sehr ansehnlich. Ja, und der Trend, eine Damenmannschaft mit ähnlichen Trikots dann auszustatten, geht auch da weiter und das gefällt mir auch sehr, sehr schön. Auch das, wer hat es da, ich glaube, Salaip hat es vorher mal früher war, eingeführt, das Damen-Team auch direkt mit den neuen Trikots abzubilden. Das ist ein sehr, sehr schöner Zug. Bahrain Merida, ich weiß nicht. Also, vor allen Dingen weiß ich nicht, ob man das neue Trikot vorstellen muss und im Hintergrund Ölbohre-Türme hat. Es ist halt, ja, es gehört halt dazu zu dem Team. Ja, okay. Aber dafür, du siehst doch, dafür ist da auch ein Strommast. Vielleicht fließt da Ökostrom durch. Bestimmt. Ja, ja, wer weiß, was da sonst noch alles so fließt. Nee, also, ich finde diese Steampunk-Optik hinten im Hintergrund ein bisschen komisch. Ja, also, weiß nicht, habe ich keine Meinung zu. Ich habe selten weniger eine Meinung zu einem Trikot gehabt als zu dem. Ich finde das, das ist ja eigentlich das vom Grund auf das Rote gar nicht schlecht, aber dann so der weiße Schriftzug und diese orangen kurzen Absätze versauen es dann irgendwie. Ja, und dann auch noch an der Seite die blauen Armbänder, die hat es jetzt auch nicht gebraucht. Das passt so gar nicht dazu. Also, weiß nicht, was sie da aus Versehen drangelassen haben. Naja. Bora habe ich, glaube ich, heute schon mehrfach gesehen. Typisches Bora-Mikot. Ja, also, auch sehr klassisch. Ja, also unaufgeregt. Achso, wobei ich den Spot, hups, jetzt geht hier die Musik an, wobei ich den Spot, wie sie das gemacht hatten, das fand ich ganz schön. Also, so mal ein Trikot zu präsentieren oder so das neue Trikot zu präsentieren, finde ich sehr gut gelungen. Also, hat sich Sportful, die ja der Bekleidungs- oder der Ausrüster sind ganz hübsch gemacht. Aber das mit den Reihen, also diese, wie soll man sagen, dieser Analogismus zu den American Football-Spielern mit den, oh, ein bisschen albern. Naja. Irgendeiner. Das musst du ja machen. Irgendeiner hätte in dem Meeting auch mal sagen können, ach komm, nee, besser doch nicht. Bike Exchange, die tragen, das sieht ein bisschen aus, als würden die alten Trikots von Bora von vor ein paar Jahren auftragen. So ein bisschen schon, aber nee, mir gefällt das Trikot überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht, ist jetzt auch hart. Also, Ja, aber es ist irgendwie ganz komisch. Also die haben so Türkis und dann halt das Celeste für die Bianca-Räder wahrscheinlich an den Armen und unten auch noch so ein halb ausgeschnittenes Dreieck auf beiden Seiten und dann irgendwie auf dem Bauch ein Schachbrettmuster und drüber weiß und schwarz. Ja, also so richtig Sinn macht das nicht. Ich finde bei dem, also ich finde das Foto sehr sympathisch, also dass man nicht der Mann als großer lagerstellt und die Frau als kleiner anhängig ist, sondern andersrum. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde nur den, also insbesondere bei ihr den Schnitt der Hose auch ein bisschen komisch. Also es sieht aus, als hätte die riesige Oberschenkel. Weiß auch nicht, was, also irgendwie ist da alles an dem Foto irgendwas ganz komisch. Ja, vielleicht wurde es hinterher noch ein bisschen Foto montiert. Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Mach es ja auch nicht. Also irgendwie komisch, ne, ne, aber, ja, also, mal gucken wir mal, ne, was aussieht. Aber das Foto als solches finde ich nett. Ja, jetzt haben wir ein Trikot, was ich ganz bewusst rausgesucht habe. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Weil es für mich immer so krass ist, wie viele Sponsoren kann man auf ein Trikot drucken. Es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, nicht viele, nicht wenige große Sponsoren, sondern ganz viele kleine zu haben. Ich habe jetzt bei 15 aufgehört und da war ich nur auf der Vorderseite. Ja, wir sprechen über Androni Giocattoli. Ja, die übrigens die gleichen. Muss ich jetzt, das war dir nicht bewusst, das war mir bis vor zwei Minuten auch nicht bewusst oder vor drei Minuten. Diese Trikots werden von dem gleichen Menschen hergestellt, die auch das Agile Dessert Trikot machen. Oben rechts, Rosti sind wir wieder. Die große Saison, Rosti kommt dieses Jahr ganz groß raus. Und zwar, indem sie beide sowohl das obere als auch das untere Ende der Fahnenstange des Trikotdesigns bedienen. Am besten gefällt mir die angedeuteten Trinkflaschen, die hinten im Trikot drin sind, die oben rausgucken. Ja, das wäre doch mal cool, wenn da irgendwie ein Schnapshersteller oder so werben würde. Ja, so Grappa. Grappa für Papa. Nee, aber ich erinnere mich, wenn du ganz ehrlich bist, ich erinnere mich, dass ich dich 2005 oder 2006 mit einem sehr ähnlichen Trikot bei Rund im Köln gesehen habe. Du hast so eine Thermo-Jacke von auch so einem italienischen zweiten Team. Welches Team war das nochmal? Acqua e Sapone. Genau, Acqua e Sapone. Habe ich immer noch. Ja, dass du dich von Trikots nicht trennst, war mir klar. Wie hieß der mal? Der hat noch so einen ganz kleinen Fahrer. Südamerikaner. Rujano. Rujano, genau. Ich glaube, der war nicht bei der Mannschaft. Nicht? Nee, der war auch bei Androni. War der nur beim Grillfest dabei und da habe ich den getroffen oder was? Naja, gut. Aber erinnert mich spontan, muss ich jetzt wirklich spontan an dein Trikot, was ich zuletzt vor 16 Jahren gesehen habe, mich zurückgerätten. Das ist doch auch rot-weiß-schwarz so ein bisschen, oder? Das ist... blau-gelb. Guck mal, nee, das ist rot mit blau und genau. Aber so weit weg war es nicht. Nee. Passen. So einen Scheiß kann ich mir merken. Ja, also wirklich, wie viele Sponsoren kriege ich auf einen Trikot? Dann haben wir noch die Übersicht, die du noch verlinkt hast. Ja, Astana, nichts Besonderes. Wonti Group, auch nichts Besonderes. Israel, finde ich jetzt auch eher uninspiriert. Jumbo, klar. Was haben wir noch? Ineos, Kofidis. Da kommt, da ist jetzt, du hast wirklich, also das hast du sehr gut gemacht, weil du hast wirklich die Teams, die mal was anders gemacht haben oder spannende Trikots haben. Auffällig finde ich natürlich bei dem Teamfoto von Movistar, wie der Kopf von Miguel Angelop ist, einfach nicht auf das, auf den Körper richtig raufgefotoshoppt ist. Oh, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich kein Begriff. Meinst du, das ist gefotoshoppt? Klar. Nee, das glaube ich nicht. Der Kopf kann niemals auf den Körper passen. Du meinst jetzt von der Statur her? Von der Form auch gar nicht, also der Hals passt doch gar nicht dazu. Ich überlege gerade, was ich zur Verlosung noch hier habe, was ich noch verschenken könnte, um da ein Hörerbild. Keine Ahnung, das nächste, weiß ich nicht, ich weiß nicht, aber da würde ich gerne mal wirklich eure Rückmeldungen hören. Meinst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da fotografiert wurde. Stille. Aber bei dem Team wundert mich nichts. Sagen wir mal so, es würde mich jetzt, so wie du es jetzt beschreibst, nee, aber ich finde das nicht, also ich, vielleicht kenne ich aber auch nur irgendwelche Fails, die noch viel schlimmer sind oder noch viel größer sind, dass ich deswegen an der Stelle sage, nee, das stimmt doch nicht. Also das ist schon normal. Ich muss mal hier, ich möchte bitte die Hörer insbesondere, die sich mit Fotografie auskennen, dringend bitten, sich mal zu melden und das zu kommentieren. Ist das gephotoshoppt oder nicht? Also je länger ich draufgucke, desto mehr glaube ich es auch. Aber das ist auch hier so self-fulfilling prophecy irgendwie wahrscheinlich. Also dann glaube ich es auch selber. Meldet euch mal bitte. Ich hätte da gerne eine Meinung zu. Ist verlinkt. Ich werde den Link nochmal extra dann setzen, dass ihr euch nicht durch den ganzen Kladderradatsch wühlen. müsst, sondern direkt da gucken könnt. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendein Trikot, was wir da jetzt sehr vergessen haben in dieser komplett durcheinandergebrachte. Covid ist mit Simon Geschke ungewohnter. Ja, ich habe auch gerade überlegt, welcher Franzose ist das? Aber dann habe ich gesagt, er ist der Bartpfleger. Wobei das das einziges Ungewohnte ist er. Das Trikot ist ja wie gesagt Das Trikot haben die schon seit 30 Jahren gefüllt. Ja, ich hoffe nicht das eine. Also ich hoffe nicht, dass er die alten Trikots noch auftragen muss, aber und DSM erinnert mich jetzt, also im ersten Moment dachte ich, ach guck mal, ne doch nicht Ineos, aber das vorne mit diesem Wunden drauf, ich bin gespannt, also so richtig überzeugt bin ich nicht. Ist ja auch ein kompletter Unterschied, also total anders als das alte Trikot. Ja, also da hat man wirklich nicht eine kleine Evolution betrieben, sondern einfach mal einen klaren Cut. Fragt sich der Zuschauer dann erstmal wieder fünf Minuten, was ist das für eine Mannschaft, die da fährt? aber das habe ich ja egal, also das habe ich ja sogar beim Team Cofidis, wo ich mich erstmal frage, wer ist das nochmal? Das wird eh schwierig, glaube ich, dieses Jahr. Also hier Oracle Green Edge sozusagen, das neue Team, muss ich das erstmal mehr verinnerlicht haben werde mit Bike Exchange, das wird kein großer Spaß. Da sind so manche Teams, wo ich erstmal in einer normalen Saison so irgendwie nach Paris-Roubaix mal die Orientierung hätte, aber wir gucken, wie das jetzt wird. Apropos Paris-Roubaix und neuer Saison, es geht auch beim Pro-Cycling-Game wieder los. Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, was das ist. Ja, Pro-Cycling-Game ist ein Manager-Spiel im Profiradsport, was es seit der letzten Saison gibt, wo man in verschiedenen Ligen kann man, also man kann Ligen selbst gründen oder irgendeiner Liga beitreten und kann dort ein Team zusammenstellen aus Fahrern. Man hat ein Budget, in der letzten Saison waren es glaube ich 10 oder 15 Millionen, die man zur Verfügung hat und dafür kann man Fahrer einkaufen und es gibt für jedes Rennen, also sei es nur Europe Tour oder auch World Tour gibt es Punkte und dementsprechend halt auch Geld und man kann auch viel Geld oder eigentlich das meiste Geld damit verdienen, wenn man Fahrer für wenig Geld einkauft und sie dann für viel Geld wieder verkauft, also es ist ein bisschen wie Aktien handeln, nur halt im Profiradsport. Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich nicht verstanden, mache ich keinen Kopf, auch nicht. Ich habe im letzten Jahr, ich sage mal, einigermaßen engagiert begonnen, das hat ungefähr so lange gedauert wie diese Saison, also ein Drittel des ersten Teils der ersten Saison, es führt dazu, dass ich jetzt gerade versuche, relativ hektisch und unkoordiniert mein Team wieder zu finden, mit diverse Passwörter und so den ganzen Kram, mal gucken. Also ich werde mich da auch nochmal anrufen, vielleicht kannst du auch nochmal den Link zu der Seite beziehungsweise zu unserem Team, weil das war ja riesig groß auf einmal, wissen wir gar nicht, wo die ganzen Leute herkamen, das war so ein bisschen wie hier die Lämminger, also unser Team wurde groß, weil wir Hörer dabei waren und ein bisschen größer, weil noch mehr Hörer kamen und dann war es so groß, dass es darauf aufmerksam wurde und viele andere dazu kamen, die gar keine Hörer waren. Das einzigste Positive oder Schöne daran ist, dass wir den Sieg, also wir haben am Ende ein Trikot und eine Mütze, habe ich die Mütze auch mitgeschickt, ich weiß nicht, oder kann sein, dass meine Tochter nicht eingesackt hat. Auf jeden Fall ein Trikot dem Gewinner zur Verfügung gestellt und dass das jemand aus dem Hörerkreis war und nicht jemand Fremdes, das hätte ich ja jetzt dann nicht so cool gefunden, sondern dass da der Richtige sein Trikot bekommen hat. Aber folgt mal dem Link und dann könnt ihr euch das anschauen. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es war und vor allen Dingen es ist ja auch nicht schlimm, es gibt ja nichts zu verlieren, außer die Zeit, die man investiert, die ist natürlich weg. Nö, also es ist jetzt, also wir werden da mit Sicherheit wieder eine neue Liga gründen, weil es jetzt im Prinzip zur neuen Saison von Null losgeht. Ah, okay. Alles auf Null gesetzt, aber offiziell gestartet ist die Saison noch nicht, wird aber jetzt mit Sicherheit in den nächsten Tagen. Es gibt aber schon die ganzen Marktwerte der Fahrer und den Rennkalender auch schon einzusehen, also man kann sich da schon grob einen Plan zurechtlegen, wenn man will. Weißt du nicht? Ja, ich lege mir den Plan zurecht. Ich, ja, gut, dann könnt ihr euch da schon mal, vielleicht registriere ich mich einfach neu oder bringt mir das was, dass ich den Account vom letzten Jahr noch mal habe? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wenn es resetet ist. Das ist im Prinzip egal. Entschuldigung, ich muss noch mal einen Schlag trinken. Ja, also, neben Teil reicht Teil. Es gibt auch Titelverteidiger, die was zu verlieren, also verlieren haben, nämlich einen Ruf. Du hast glaube ich, warst du Dritter letztes Jahr? Ich war irgendwo im Mittelfeld auf Platz 5. Also Mittelfeld, also so, Moment mal, wir hatten so viele Teilnehmer, da ist das Mittelfeld bei, in Erinnerung, irgendwie bei Platz 15 bis 25 gewesen. Also jetzt steht da nicht mal nicht unter den Scheffel, Top 5. So müsste man das. Ja, ich war irgendwas zwischen 5 und 10. Ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls bin ich zuletzt ziemlich abgestürzt. Besser im Spiel als im Leben? Besser gar nichts vom Bein. Ja, aber wenn schon Absturz, dann an dieser Stelle lieber. Thomas, es war mir eine große Freude. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben und ab jetzt natürlich auch wieder regelmäßig senden. Hier steht als erstes Rennen das Grand Prix Cycliste Marseille. Le Lays. Ja, genau. Und in dem anderen Kalender, den ich gesehen hatte, steht aber das Ein-Tages-Rein in Valencia. Ach, ist jetzt so unwichtig für die Spiel. Okay. Weißt du noch, wo wir jetzt schon mal gerade dabei sind, PCG, Procycling Game, das hat das was mit Procycling Stats ja wahrscheinlich auch zu tun, ne? Ja, es ist, entstammt aus derselben Feder, glaube ich. Dann wäre die Frage, ob man in den Procycling Stats App, oder gibt es auch eine App zu Procycling Games? Procycling Stats gibt es, glaube ich, eine App, aber nur auf dem iPhone, glaube ich. Also nicht für Android. Okay, ja, das, ja, das ist dann ein bedauerliches Schicksal, aber dann kann man da nichts machen. Sorry. Mobile. Ja, oder so. Alles klar. Also, gehabt euch wohl, Startup-Face vom 1.1.0 bis 20.1.1. Also, da wird das jetzt irgendwann kommen. Okay, also, gehabt euch wohl. An dieser Stelle auch schon einmal nochmal den Dank, wie immer, für jede Zuwendung, die ihr uns habt zukommen lassen, sei es Kommentare, sei es, wenn ihr über unseren Amazon-Link etwas bestellt und wir deswegen ein klein wenig etwas abbekommen und Jeff Bezos nicht mehr so reich wird, wenn er auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt ist. Er hat immer noch genug Geld, glaube ich, das bisschen, was er uns dann abgibt. Dieses mini, mini, mini Krübelchen von seinem riesigen Kuchen ihm nicht wehtun wird, uns aber ermöglicht, Sachen zu investieren, hier in Technik oder mal hier und dort mal ein Paket zu bezahlen und so weiter. Für alle Patreon-Unterstützer, die uns so, also direkt etwas überweisen möchten oder PayPal-Account ist auch auf der Seite. Danke für alle, alle Spenden. Was wollte ich noch sagen? Genau, Velo Race hatten wir heute den Beginn. Velo Snack wird geplant, zumindest am kommenden Dienstag auch wieder in die Saison starten. Da, kleine Vorausschau auf Festival 500, Kommentare in der letzten Folge werten, möchte ich zumindest am Anfang etwas ansprechen. Da kam ein Kommentar, den meiner Meinung nach kommentierungswert ist. Und ja, gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen alle, alle gesund, bitte. Geht zum Impfen, lasst euch impfen. Wer das nicht machen möchte, der soll es nicht machen. Das habe ich kein Verständnis für, aber es ist zum Glück immer noch jede freie Entscheidung. Ich schildere wohl mit dem Kopf, aber das muss jeder selber wissen und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Das war's für heute.